okay ich check mal dass das auch alles funktioniert hat und wir online sind noch nicht noch nicht noch nicht wir streamen aber doch hoffentlich doch 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 jetzt passiert was da sind wir es hat nur einen moment gedauert ich habe immer so einen einen moment sorge dass ich den falschen streaming key eingegeben habe und wir jetzt auf einmal auf twitch stehen die live sind das wäre schon ziemlich peinlich ist aber nicht sondern wir sind hier in unserem internen stream und ihr seht schon das layout das julia gebaut habe und hat und in das ich dann dinge eingefügt habe und drauf geklatscht und rumgeschoben und ihr seht ihr tolls green screen effekt der dinge verschwinden lässt wenn anselm sie hoch hebt und wir müssen vielleicht auch an julias green screen noch ein bisschen arbeiten der verschluckt sich arg an ihren haaren das bist du aber auch so fein aufgelöst auf in der kopf bereich ich habe hier ganz viel hairspray dran gemacht um genau solche sachen zu vermeiden und tim ist ganz vorbildlich vorweg gegangen hallo das ist unsere session zero und julia ist hoffentlich ganz ganz ruhig und entspannt bereit zu leiten nicht wahr julia ja total tiefenentspannt ja das ist unser schiff ja das ist unser schiff genau sehen das jetzt auch zum ersten mal in action das sieht super aus weil wenn du die arme hebt dann strahlst du ab ja genau ich kann ich kann hier nico poken und auf der anderen seite genau ich liege auch hinter julia ja wir ich glaube ich glaube anselm und tim müssen sich gegenseitig auch poken können anselm tim leider nicht tut mir leid es gibt doch nur wenige überschneidungen okay gut 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 so die runde besteht wie ihr sehen könnt aus tim der unseren medizinischen offizier dr baker spielen wird anselm ist in ein ein lieutenant und unser wissenschaftsoffizier der nichts dazu sagt ist auch okay ja entschuldigung ich wusste nicht dass von mir erwartet wurde so hallo hallo ja guten tag hallo man kennt mich unter anselm dann nico spielt den ersten offizier lieutenant commander samuel t rodriguez und ich bin die kapitänin die eigentlich eine commander ist aber da ist ein wenn ich ein schiff kommandiere bin ich dann ja quasi ein captain dunna war ex eine drill haben wir dafür punktes gesicht gemacht weil ich drittel unglaublich cool finde und julia wird uns spiel leiten mit max als grauer eminenz im hintergrund der mit am plot geschrieben hat also es ist die station zero an nichts was hier passiert muss irgendwie in irgendeiner form perfekt sein oder auch noch später im kanon enthalten wir probieren einfach mal unsere charaktere aus und wie sich das spielt wir werden daheim würfeln unter anleitung von julia wann wie wo und was und benutzen dafür keinen keinen tabletop kein virtual tabletop weil es das derzeit noch nicht gibt für star trek adventures auch wenn daran gearbeitet wird wie ich letzten samstag erfahren habe und jetzt gebe ich ab an die julia die uns sagen wird was wir eigentlich hier tun und was vor sich geht super ja erstmal schön dass ihr dabei sein und danke dass ich für euch leiten darf das ist ziemlich cool wie wir auch wissen sind wir alle seit wochen schon also wir sind es mit seit wochen schon total so aufgeregt und freuen uns und wechsel ich habe fleißig plot geschrieben und vorbereitet und ja jetzt geht's los ja es gibt eigentlich nicht mehr zu sagen außer dass wir jetzt direkt einsteigen können und zwar mit miris charakter commander war xx war xx war xx war xx war xx war xx haben wir gesagt ne kommande war ist ein a und das er ist ein wö genau es wird erstmal können wir hier als disclaimer auch sagen dass wir wahrscheinlich da wir mit den englischen regeln gearbeitet haben alle zwischendurch mal ein bisschen den glischen werden ich werde versuchen auf ein minimum zu reduzieren aber es kann passieren und wenn manchmal die übersetzungen fehlen dann ja sorry aber das mal flächendeckend für den rest der kampagne ansonsten ja mayri du hast ja ein dein briefing bekommen für deine mission von admiral ross der der die ganzen daten hat zukommen lassen und wie gewünscht bist du nach deep space 9 aufgebrochen um dort dich mit deinem schiff und einer crew zusammenzufinden das schiff die uss hawking dockt aktuell an die space 9 wurde nach dem krieg ein bisschen repariert ein bisschen besser ausgestattet hatte dann eine zeitlang langweilige überwachungsmissionen und wird jetzt wieder zum einsatz kommen die uss hawking ist ein wissenschaftsschiff und kommt schon mit einer wissenschaftscrew deren vorangestellt aktuell unser lieutenant junior grade in ein re voran steht der bereits auf dem schiff ist das heißt der bleibt bleibt dem schiff erstmal erhalten es fehlt aber eine command crew und du wurdest aufgetragen dir wurde aufgetragen die eine crew zusammenzustellen was du auch getan hast entsprechende offiziere zusammen gesammelt und entsprechend wurden befehle verteilt und shuttle wurden losgeschickt um die leute zu holen und du wartest quasi jetzt auf speed space 9 auf deine crew um die kennenzulernen deinen ersten offizier hattest du dir für deine eigentliche mission ausgesucht weil dein charakter sollte eigentlich ursprünglich in den gamma quadranten geschickt werden auf eine längere forschungsmission aber die jetzige mission für die uss hawking ist dazwischen gekommen und deine befehle haben sich deswegen geändert da du gefragt hast ob du deinen ersten offizier den du dir ausgesucht hast beibehalten darf es dem wurde stattgegeben und somit wartest du quasi darauf dass commander rodriguez rodriguez auf deep space 9 ankommt und da würden wir auch direkt jetzt einsteigen du befindest dich seit ein paar tagen auf deep space 9 du hast da dein der der chef ingenieur ist schon an bord gegangen der kommt von deep space 9 und ist jetzt schon im maschinenraum am werkeln und ist schon auf dem schiff und der wissenschaftsoffizier ist auch noch auf dem schiff und du bist heute morgen aufgestanden und wurdest in kenntnis gesetzt dass das shuttle von commander rodriguez jetzt angedockt ist und du ihn dann treffen kannst könnten sie lieutenant commander rodriguez dann zu der auf die promenade schicken dort wo es zu dem docking arm geht zur hawking ich denke wir sollten uns doch treffen wo wir einen blick auf das neue schiff werfen können ja der computer bestätigt das mit dem computer wahrscheinlich ja entweder mit dem computer oder jemand in ops was okay ja alles klar ja die informationen werden an commander rodriguez weitergegeben genau dann ja dann gehst du richtung promenade und um dich rum hast du eben die lebhafte raumstation mit kaffee mit quarks war mit geschäften um dich rum so zwischendurch docken immer wieder schiffe also auf jeden fall eine sehr lebendige station mittlerweile geworden die uss hawking dockt an einem der docking stationen und du stellst dich an eine schöne stelle wo du einen schönen blick auf das schiff hast dass man den overlay auch sieht ja ich nehme ich nehme mir von einem der bajoranischen stände einen djungja stick mit als süßigkeit und probiere den während ich raus schaue auf das schiff sehr schön commander rodriguez ja genau dein shuttle hat jetzt gedockt du hast wie gesagt vor ein paar tagen neue befehle bekommen du bleibst zwar immer noch der erste offizier für commander war ex aber die mission hat sich geändert und du hast entsprechend aber noch keine großen informationen über beide missionen gehabt das heißt du startest eigentlich einfach nur mit dem wissen dass du eben der erste offizier für eine wissenschaftsmission sein wirst und wer dein captain ist und wurde es gerade vom ops informiert dass du dich bitte auf die promenade begeben sollst obere promenade parkpfeiler so und so wo eben das wo captain commander war ex auf dich wartet das heißt wir kennen uns tatsächlich noch nicht auch wenn ich schon vorher zugeteilt war genau also ihr habt quasi du wurdest quasi zugeteilt zu der mission aber ich persönlich noch nicht und bin ich zum ersten mal auf die space nein wahrscheinlich nicht ne du bist genau wo du bist du denn aufgewachsen das haben wir tatsächlich festgelegt dann müsstest du ja auf die space nein schon mal gewesen sein genau da ich ja trotz meiner menschlichen herkunft auf major aufgewachsen bin beziehungsweise im bei johannischen raum so genau weil man es nicht verdient mir war ich vielleicht schon mal hier ja ich denke mal dass du wahrscheinlich als jugendlicher schon mal auf deep space nein warst während bayer noch teil bayer oder bayer sagen wir bayer das recht wir spielen ja ich ja das heißt auf als bayer noch teil der in der okkupation unter von den kathosianern war warst du mal hier die station hat sich definitiv verändert seit damals und was ist eben schon gesagt wir spielen wann genau ach genau ja das sollten wir vielleicht mal sagen wir spielen 23 76 das ist ungefähr ein jahr nach dem ende des dominion kriegs sternzeit habe ich mir auch schon gesagt weil sie aber gerade noch raus warte es ist sternzeit 52 400 punkt 2 ok so jahreszeit hilft uns vielleicht ihr das ist ja die voyager ungefähr fünf jahre das heißt auf jeden fall auf der promenade werden kein teenager ferengi und menschlicher freund rumhängen und den vorbeiziehenden damen in den ausschnitt starren nein genau die ja genau also deep space nein ist vorbei die was genau was die zeit was von der zeit angeht genau voyager ist knapp fünf jahre verschollen das letzte was großartig newsworthy sozusagen passiert ist ist dass das paar feiner projekt der erde kontakt mit voyager hergestellt hat also was gerade sagen es wurde du kriegst jetzt nörd punkte kann man jemand nörd punkte vergeben hintergrund wissen moment moment ich habe ich habe ich habe das recherchiert weil ich wissen wollte ob ich irgendwo in meiner noch sehr kurzen karriere vielleicht auf janeway hätte treffen können und sie furchtbar unsempathisch hätte finden können das passt einfach nicht ganz hin da warst du noch glaube ich ich habe also jetzt einen riesigen nerd punkt verpasst ich muss warten bis ich es gab das hat aber sehr sehr schön punkt genau bitte bitte in diesen schwarzen kreis rein dann ich möchte es direkt befördert werden schöner versuch schöner versuch lieutenant genau ja genau also der der ferengi der hier früher auf der promenade rumgehangen hat ist ein dekorierter kriegsveteran mittlerweile die zeiten haben sich tatsächlich geändert ja ein leuchtendes beispiel jedenfalls jetzt ein bisschen dominant oder ich mache kleiner ich wollte es auffällig machen ja gut aber dann gehe ich halt mal wenn ich mich aus könne werde ich die promenade erfinden gehe ich da mal schnurstracks hin genau also dieses die station ist definitiv verändert also du hast wahrscheinlich nur so eine tasche dabei genau was hier ist über die promenade wir stellen uns ist ja ist ja star trek adventures kann man ja so ein bisschen so spielen wie stellt euch einfach die fernsehserie vor wir konstruieren szenen und stellt euch vor eine kamera fahrt die runter zoomt und ein menschen ein mensch alter ungefähr was haben wir gesagt mitte dreißig mit mitte dreißig und mir aber spanischer also ein relativ groß gewachsener dunkelhaariger mann mitte dreißig mit dunklen augen und glatt rasierter als ich ja weil total glatt rasiert ja und der jetzt auch relativ zielstrebig auf die promenade kommt ja also die station ist wesentlich lebendiger farbenfrohr heller irgendwie war da früher immer so als hätte jemand das licht ausgeschaltet das war alles immer düster irgendwie alles grau auch alles ein bisschen heruntergekommen und hat definitiv gesehen dass es eine minenarbeiter hier vor allem also nicht minenarbeiter aber raffinerie arbeiter quasi rum als quasi wie sklaven rumgetrieben wurden und hier so so pferche überall wo die leute quasi eingesperrt waren in ihrer zeit wenn sie nicht gearbeitet haben und jetzt ist alles offen der starfleet touch oder der sternenflotten look ist überall drin alles ist sauber die geschäfte sind offen und lebendig du hast von weitem auch schon quarks also ist eine bar die wohl sehr laut ist da hört man das geräusch von glücksspiel und gelächter und leuten die offenbar spaß haben es gibt ein café auf der promenade und ja du siehst überall laufen sternflotten offiziere und zivilisten rum menschen und ganz viele andere rassen viele bajorane aber auch ein bunter mix also definitiv eine wesentlich schönere station als früher aber schön dass es quarks noch gibt und ja auch das sieht also auch ein bisschen netter aus als früher die genau und als du auf der promenade dann nach oben dich begibst und dann siehst du vor einem großen viewscreen im hintergrund siehst du die silhouette der uss hawking am dock und davor steht eine junge frau sieht auch so ungefähr so alter wahrscheinlich ungefähr so wie du es ist ein bisschen schwierig zu sagen weil sie wie viele trill sich sich vielleicht nicht unbedingt ihrem alter entsprechend verhält zumindest viele trill die man in der sternenflotte findet weil darunter ja ein unverhältnismäßig hoher anteil von trill ist die einen bund eingegangen sind mit einem symbionten die entsorgt gerade in einem von von denen ich löse das wieder in ihre bestandteile auf schlitzen den rest von ihrer süßigkeit und schaut aus dem fenster raus auf ein schiff das dort angedockt ist wenn sie offensichtlich auf etwas wartet relativ entspannt durchschnittlich groß relativ breite schultern für eine frau helle haut haare in einem 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 ordentlichen bannen hochgesteckt wenn sie aus dem weg sind genau das heißt wenn ich da ankomme sie zum jetzt mal gar nicht in der spiegelung aber falls du dich nicht auf dich aufmerksam machst wahrscheinlich nicht ich würde dann irgendwann räuspern wenn du mich nicht in der spiegelung siehst und eine sache dürfen natürlich nicht vergessen ihr tragt beide kommando rot richtig genau ich habe nur so eine rot braunen puli aber er hebt sich irgendwie gerade so überhaupt nicht ab also ich meine rollkragenpulli sind ja auch sehr star trek so gut wenn du dann dich räusperst gehen ihre augen im spiegelbild auch zu dir rüber und dann dreht sie sich um und sagt ich salutiere oder wie auch man das hier macht lieutenant rodriguez sein commander natürlich schon selbst dekradiert toll commander rodriguez wendet sich zum dienst sehr angenehm kann man der war ex man schüttelt man schüttelt die hand das ist ja alles kein problem und dann der der blick raus das ist die hawking sie wurden davon gehe ich fest aus darüber aufgeklärt wie sich die mission geändert hat ich wurde aufgelassen sich geändert hat aber was genau sich geändert hat das werden sie mir jetzt wahrscheinlich mitteilen das briefing würde ich gerne an bord durchführen sie lässt kurz arbeiten den blick durch den raum schweifen ist es keine informationen die für alle ohren hier bestimmt ist ich habe auch dass wir das beim café in quarks ich gehe davon aus dass wir uns relativ bald auf einen café wie heißt es hier ein rektor gino ich habe gehört es gibt hier diese klingonische spezialität ein rektor gino treffen können wollen wir an bord gehen natürlich hervorragend dann halt das übliche mit denen wir gehen wir gehen wir gehen zum zum dock von dem schiff und dann commander duna variks bereit das kommando zu übernehmen bitte bestätigen bestätigung erkenne variks commander duna autorisationsnummer haben wir noch nicht festgelegt sollten wir uns vielleicht noch eine überlegen ja die die stimmerkennung hat sich akzeptiert und es gab jetzt keine es gab keine formelle übergabe des kommandos des schiffs weil als du angekommen bist wurdest du schon darüber in kenntnis gesetzt dass das schiff aktuell erst mal keinen captain sozusagen hatte also das hatte quasi einer der höheren offiziere der jetzt das wort das schiff verlassen hat schon die das kommando und das schiff war jetzt schon eine woche oder so im dock also genügt das quasi als kommando übernahme ja und du kannst an bord gehen dann gehen wir mal zur brücke und schauen wer da schon anwesend ist okay die ja die das schiff an sich ist es wirkt tatsächlich relativ neu also es ist nicht total schrotthaufen aber ihr wisst auch dass es nicht das neu gebauteste schiff ist also das hat schon den krieg quasi hinter sich wurde aber noch mal ein bisschen general überholt und ja hat generell macht guten eindruck auf jeden fall das ist kleiner als also definitiv ein gutes stück kleiner als die richtig großen schiffe es hat eine crew von maximal 80 leuten also ihr seid aktuell mit 70 bis 80 leuten unterwegs das heißt vom gefühl her also ich weiß nicht wir hatten nicht groß etabliert auf was für schiffen du vorher gedient hast aber wenn du vielleicht mal auf einem galaxy class schiff warst das ist auf jeden fall wesentlich kleiner die brücke ist auch relativ kompakt du hast im prinzip wenn man sich vorstellen will es ist ein bisschen ähnlich wie die voyager brücke und vielleicht ein bisschen kleiner also auch diese diese konsole in der mitte also diese breite fläche wo quasi die die konsolen in neben den stühlen eingebaut sind und die beiden kommandositze quasi in so einer art konstruktion eingebaut sind also kein freistehenden sessel oder so und hinter denen hast du quasi einen erhöhten bereich wo stationen brückenstationen sind und ja genau und es sind ein paar brückenoffiziere so ein paar fähnrich und so weiter sind tatsächlich unterwegs und machen routine aufgaben immer wenn dich jemand sieht gibt es ein paar die wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht wissen wer du bist weil du die crew noch nicht so richtig vorgestellt hast aber einige erkennen dich definitiv und grüßen dich auch und also kapitän willkommen an bord wenn wir zurückgegnuten grüßt man knapp nicken aber es ist nicht groß genau so ist es nicht groß zeremoniell oder so also die gehen einfach ganz normal ihren job nach anseln wo ist denn in ein wie gerade unterwegs der brücke vermutlich ist ja sonst deutlich unterbesetzt ja ich denke es gibt gerade nicht sonderlich viel zu tun das heißt ich kann einfach so meinen meinen ich sag mal internen projekten nachgehen solange der kommandierende offizier der meiner ansicht nach im moment nicht ich ist auf der brücke denn dafür müsste die brücke schon sich schon sehr entvölkern da kann ich also einfach sozusagen meinen eigenen gedanken und theorien nachgehen wir haben nur um das kurz mal zu etablieren weil das haben wir glaube ich noch nicht etabliert wir haben bei der charaktererstellung mal gesagt dass es einen nicht mehr definierten dritten offizier irgendwo gibt also das ist quasi einen zweiten also zweiten offizier irgendwo gibt einen dritten in kommando in der kommandoreihenfolge der aber kein spieler charakter ist den charakter haben wir aber noch nicht erstellt das heißt wir können bei gelegenheit mal festlegen wer dieser zweite offizier sein ist weil es ist niemand von euch ja es gibt wahrscheinlich irgendeinen lieutenant der eben lieutenant smith john smith oder ähnlich ja ich habe charakter generatoren wir können den auch jetzt müssen wir aber nicht ich glaube das kann man zwischen den sessions noch etablieren wieder wer das ist und lass ihn uns dann noch jemand aus dem chat binden im zweifel ja genau genau das ist lieutenant schattenherz oder lieutenant erdbeermilchpizza auf klingonisch übersetzt oder irgendwie sowas und dann einmal rückwärts durch einen ferengi übersetzer durchjagst und hier finde ich auch gut ja ich meine ich finde also ich meine dex ist ja schon ein sehr stark gegen habe ja deswegen solange der commander bzw der wie es im slang heißt der captain weg ist und die wissenschaftsoffiziere auf den tischen tanz die tanz der wissenschaftsoffiziere nicht auf den tischen aber es gibt es gibt nichts da ich vermutlich die die obs noch so ein bisschen mit in meiner station mache habe es aber aktuell da nichts gibt die schiffsysteme alle hoffentlich funktionieren und wenn dann der ingenieur zuständig ist um irgendwo noch das letzte bisschen war kapazität rauszukratzen kann mir eigentlich so dass die normalen vorgänge gerade relativ egal sein und ich überprüfe gerade eine ich versuche gerade eine theorie aufzustellen über irgendwas so wie es genau ihr habt quasi eure tod langweilige serving mission die ihr quasi hat jetzt schon schon seit nach der zwei wochen abgeschlossen ja ihr seid im prinzip einfach auf pause gerade so eine art nicht so wirklich landgang ihr seid frei auf deep space nein rum zu hängen aber ja also in einen re hat quasi mehr zeit auf der hawking verbracht und hat seine eigenen kleinen forschungsprojekte fortgeführt der genau der chef ingenieur den hast du wahrscheinlich dann schon betroffen mit dem hast du dich wahrscheinlich einmal kurz auseinandergesetzt das ist ein bajorana bisschen bisschen älter der schon viel erfahrung mitgebracht hatte so ein schiffetti officer der von deep space nein übernommen wurde der hat quasi auf deep space nein eingearbeitet wurde dann abgestellt weil der gerade zeit hatte und genau wenn du das ist vielleicht kein schlechter moment um euch einmal kurz auch die schiffs eckdaten zu geben also ihr habt nämlich ja quasi eine wissenschaftsschiff das heißt ihr habt bessere sensoren ihr habt noch mal bessere sensoren also das schiff hat richtig gute sensoren und es hat zweifache backup eps conduits wenn wir das jetzt jemand übersetzen könnte kraftübertragung irgendwas also backups ganz tolle eps backups wenn mal irgendwo ein power overload ist oder irgendwas mit dem schiff passiert dann könnt ihr die quasi ausnutzen um das schiff trotzdem weiter zu bauen und ansonsten genau das schiff ist eigentlich dafür geeignet für wissenschaftliche und ja forschungsmissionen im allgemeinen ja hauptsache wir können die polarität umklären umkehren von den dingern ist genau das ist sehr wichtig oder dass wir aufschließen oder dass wir unsere deflektorschlüssel verwenden können für irgendetwas wir können die deflektorschlüssel für ungefähr alles von alles und die bussard negativ koppeln mit dem transport transporter signal genau das geht auch immer geht alles und eine sache wurde tatsächlich noch hinzugefügt die das schiff normalerweise nicht hat nur falls es irgendjemand aufgefallen ist später es wurde auf anfrage von commander war ex ein kleines holodeck eingebaut also quasi eine art holo suite so wie man sie auch von quarks kennt also ein nicht besonders großes holodeck was auch nicht die riesigen kapazitäten hat von einem normalen holodeck aber da eure mission erst mal auf ein bisschen längere zeit angelegt ist wurde beschlossen dass es euch dass das ihr gewisse unterhaltungs oft heim sozusagen beschäftigungsmöglichkeiten mit mitgegeben bekommen haben soll obwohl die nova class das eigentlich nicht hat wir haben uns auf jeden fall alle sehr bemüht die technischen und wissenschaftlichen möglichkeiten dieses holodecks in ganz ausführlicher länge zu beschreiben ich habe das gefühl dass mehrere leute das beantragt haben mit genauen erklärungen warum das absolut hilfreich ist und ich habe dann einfach unterschrieben oh captain bitte können wir ein holodeck haben so ungefähr wie wie groß ist die besatzung noch mal so zwischen 70 und 80 leute okay noch ordentlich entsinkend oder steigend eine große eine relativ großer teil davon ist das wissenschaftsteam unter anderem charakter und also unter lieutenant three und der rest ist eben ganz normal operations security team security chief und der security chief die ich gerade vergessen habe wie er hieß den lern wir auch kennen das ist auf jeden fall ein lieutenant junior grade lieutenant junior grade o'connell genau o'connell ja es ist Florian darf ich das den kann man direkt fragen wie er heißt ne das das ist erics charakter ist der sicher okay der ist nicht da erik ach ja stimmt erik entschuldigung verwechselt und dann haben wir noch noch einen piloten der ein kaitianer ist also den hat hansen wahrscheinlich hat in einem river wahrscheinlich auf dem schiff auch schon mal rumwuseln sehen ein ziemlich junger katzen mensch de facto ich nehme an der ist jetzt auch an der con der kann sein dass er an der con ist könnte aber auch sein dass der gerade sich irgendwo auf zur unterhaltung auf die space nine rumträgt weil er nichts zu tun hat also ich würde glaube ich bei dem charakter eher davon ausgehen dass er aktuell in quarks ist und entweder glücksspiel betreibt oder sonst wie dart spielt oder ja dann also auf der brücke wird dann erstmal hier spricht kommander dunavarex ich habe das kommando über die uss hawking übernommen ich bitte alle höherrangigen offiziere auf die brücke zu einer ersten besprechung bitte computer sämtliche crewmitglieder die noch auf deep space nine sind kontaktieren und bitten umgehend auf das schiff zu kommen verrix ende dann spätestens jetzt wird in ein reader sicher auf der brücke befindet merken wer gerade auf die brücke gekommen ist ja deswegen natürlich die haken zusammengeschlagen gerufen cap cap com commander captain ich weiß nicht was das protokoll dann sagt wahrscheinlich captain auf der brücke captain auf der brücke unbeachtet des rangunterschieds aber irgendwie muss das ja festgelegt worden sein ja was sagt denn das protokoll was sagt denn das protokoll zu höherrangigen offizieren auf diesem schiff quasi führungsoffiziere also wenn ich wissenschaftsoffizier auf dem schiff bin und quasi egal ob ich jetzt fernrich oder lieutenant junior grade bin ja dann will ich dich jetzt sehen ja gut na genau es gibt quasi ein für führungsteam sozusagen sprich alle spieler charaktere plus diesen nicht näher definierten zweiten offizier gehört da auch der chef ingenieur dazu soll der auch mit sich mit auf die brücke begeben ja das würde ich doch gerne so sehen der kommt auf die brücke und ja dann haben wir glaube ich alle wichtigen zusammen wird sich wird sich der doktor wahrscheinlich auch auf den weg machen oder der ist noch nicht da ja dann nicht sollen wir den zweiten offizier jetzt benennen warum nicht es sind ja alles patrons im chat wenn wir vorschläge entgegen nehmen oder soll ich sondern wir einfach willkürlich im chat einen namen nehmen nicht erdbeermilch pizza bitte ich kann parallel dazu mal einen supporting character erstellen und gebe ich dem gleich den namen was passt denn hier am besten john wick denn diaz würde auch ich finde tia diaz wäre lustig wir nennen aber immer sehr viel nach tier okay diaz serda diaz naja gute erfahrung mussten ja nicht unbedingt serda diaz okay bridger es war bridger jeff goldblum naja kommt serda diaz ist doch nicht schlecht also auch spanier ein mensch oder ich finde den vorschlag nicht wie wird er geschrieben ich habe einfach zwei zwei usernamen übereinander geworfen von serda lamant und alfe diaz noch alf lamant nennen können aber dann hätte ich die ganze zeit das gefühl das ist ein pelziges kleines schweine wesen also wenn wir alf als von haben wir gerne eine diverse crew oder aber alf ist mit zu divers lieutenant serda diaz zweiter offizier es wird gefragt ob das das system von ist das uhrwerk aktuell übersetzt wird ja ist es ist der apostroph der officer ich nenne dir niemanden alex kurtzmann außer wir nennen jedes wetschert so das wäre genau also mit jose goldblumess okay wir haben eine menge spaß aber wir wollen ja hier ernsthafte unterhaltung betreiben ernsthafte in der session zero lieutenant is the officer ja mit genau mit kalt janan an bord ist schon mal ein kurz alex mann schreibt eine jule in den jet ja was macht die da zurück 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 zum thema zu kommen ist wahrscheinlich der moment an dem ist wahrscheinlich der moment an dem lieutenant commander samuel rodriguez mich sieht auch der moment vielleicht um meinen charakter zu beschreiben die überleitung die ich zurück ins spiel geschafft hast du super gemacht ja stolz auf dich blick los lieutenant junior grade in ein wissenschaftsblau junger drahtiger mann anfang mitte 20 also offensichtlich wie es dem rang entspricht noch nicht besonders lange in der sternenflotte hat die typischen dunklen betasoiden auge augen kein bart dunklere hautfarbe und kurze schwarze haare das war's okay also ein bete ein dunkelhäutiger betasuit ja dunklen augen ja lieutenant re tja ja ich mache mich auch mit auf in den heißt das bereitschaftsraum in den bereitschaftsraum des captains ja er ist etwas kleiner als der auf einer galaxy class wie der enterprise also du hast einen bereitschaftsraum ihr habt aber ich würde auch sagen oh gott jetzt erschießt mich nicht wenn ich den den floorplan der uss hawking noch nicht auswendig kenne aber es gibt bestimmt auch einen meetingraum in dem bisschen mehr platz ist als der bereitschaftsraum chief engineer ferron meldet sich ich stecke gerade mit beiden armen im warp kern ist es dringend chief ferron wenn sie gerade mit beiden armen im warp kern stecken wie wird dieses schiff dann gerade angetrieben bitte kommen sie doch zur besprechung ja also wenig ahnung von sowas aber ich glaube muss da normalerweise nicht kurbeln oder sowas ich glaube ich auch nicht nein ich warte dass alle leute an bei der besprechung sind die dazugehören genau also es werden sich lieutenant diaz wird sich einfinden und auch entsprechend grüßen sich vorstellen euch euch kennenlernen was was hat lieutenant diaz für eine rasse haben wir das schon festgestellt ist auch einfach ein mensch das kann sich das kann sich zukünftig noch ändern also würde ich sagen wir legen das jetzt nicht mehr humanoid würde ich sagen man irgendeine alienrasse die humanoid ist genau ja der ich muss an dieser stelle auch mal kurz sagen entschuldigung dass wir tim noch nicht eingebunden haben den der mit auf dem weg noch eingesammelt der sitzt leider gerade noch auf sternbasis 621 und wartet darauf dass er abgeholt wird das mückendes beiwerk nennt sich dafür ist er der einzige den origin story hatte bisher das stimmt wenn dann alle da sind genau dann kommt auch der kaltianer der sich ziemlich fröhlich und überschwänglich vorstellt und sich total freut euch alle kennenzulernen setzen sie sich doch bitte alle es wird allerdings auch nur eine relativ kurze besprechung ich habe das kommando über die hawking ursprünglich übertragen bekommen um eine wissenschaftsmission im delta quadranten durchzuführen gamma quadranten durchzuführen egal vielleicht ist ihnen schon mitgeteilt worden dass sich diese mission geändert hat kurzfristig wir werden noch ein weiteres crewmitglied mit aufnehmen und danach werden wir auf eine bis zu ein jahr dauernde mission gehen um ein verlorenes schiff der sternflotte aufzuspüren und möglichst zu sichern und herauszufinden aus welchem grund es verloren gegangen ist es handelt sich dabei um die uss larson und ihr letzter standort ist laut berichten von freigelassenen kriegsgefangenen irgendwo an der grenze des kardassianischen imperiums und der ferengi-föderation das heißt in einem bereich der gerade aufgrund der argen umwälzungen beider machtgruppen extrem umstritten ist unsere aufgabe ist es dieses schiff ausfindig zu machen zu verhindern dass andere interessenten es finden und die dort vorhandene technologie finden untersuchen und möglicherweise ausschlachten dazu sind wir im notfall auch befugt das schiff zu zerstören aber wenn es uns irgendwie möglich ist sollen wir es bergen und herausfinden was mit der larson tatsächlich passiert ist dass sie von ihrer crew verlassen werden musste darüber besteht natürlich nach außen hin stillschweigen keine person außerhalb der sternflotte darf über diese informationen verfügen die das mission briefing finden sie auch auf den pads die jeweils vor ihnen liegen ich hoffe dass sie alle jeweils ihren zuständigkeitsbereich bereits fertig gemacht haben für eine längere mission da wir davon ausgingen in kurzer zeit in einen fremden quadranten aufzubrechen ich habe darum gebeten dass alle crewmitglieder zurück an bord geholt werden und möchte sobald als möglich aufbrechen um unseren medizinischen offizier noch abholen zu können damit wir unsere crew komplett haben gibt es noch fragen welcher klasse hat die lassen die lassen ist eine sovereign klasse vielleicht verstehen sie das aufgrund der sehr fortschrittlichen technologie die ein teil der sovereign klasse ist wir sie auf keinen fall in kardassianische oder ferengi hände fallen lassen dürfen und auch nicht in die weiterer interessenten also wir fliegen nicht durchs wurmloch nein das werden wir nicht weil sie sagten gamma-quadranten das war unsere ursprüngliche mission wir haben eine neue erhalten aufgrund der dringlichkeit captain haben wir ausreichende mittel an bord um ein schiff der aus dieser klasse im zweifel zu zerstören ich wurde darauf aufmerksam gemacht dass wir idealerweise die möglichkeiten der larson selber verwenden ihr wort kern sollte mühelos in der lage seien sie selbst zu zerstören aber tatsächlich ist die hawking nicht ausreichend bewaffnet um eine sovereign klasse zu vernichten der der zweite offizier meldet sich kurz zu wort captain was was ist denn mit der las und passiert die larson moment ich mach mein briefing ach so übrigens wir haben das das wollte ich tatsächlich eigentlich noch fragen wir haben nicht festgelegt was für ein geschlecht lieutenant serda die es hat wir haben fast keine frauen in irgendeinem team warum braucht der oder die ein geschlecht ja kann die person nicht divers sein kann auch divers sein aber ich hätte gerne mehr frauen charaktere auf dem schiff wir haben ist ja noch keinen diversen charakter also ich würde sagen das können wir festlegen wir wollen oder das ist gesetzt wir sind doch alle so liberale kann jeder auch meine romanz ich wollte nicht sagen ich wollte es mir wieder abgewöhnen aber ja wir sind die lausern hatte aus ungeklärten gründen einen vollständigen systemausfall an der grenze zum kardassianischen imperium und mehr informationen gibt es dazu nicht tatsächlich nein ungeklärte gründe sind die gründe die angegeben wurden die crew konnte entkommen und geriet zu einem guten teil in kardassianische kriegsgefangenschaft deswegen wir erst jetzt genauer informationen zum standpunkt der katastrophe bekommen haben nachdem mit dem ende des dominienkrieges die kriegsgefangenen freigelassen wurden verstehe sie sind besorgt sie sind besorgt captain captain wenn du den captain meint was die sind diese an was bringt sie zu dieser annahme das ist keine annahme captain ich verstehe dass sie als betasoide über besondere fähigkeiten verfügen aber ich fände es sehr freundlich wenn sie die nicht allen öffentlich mitteilen ohne dass sie vorher meine erlaubnis gefragt haben und ich hoffe das gilt auch für alle anderen crewmitglieder entschuldigen sie gibt es grund zur sorge es gibt insofern grund zur sorge als dass diese mission nicht lange vorbereitet wurde und wir nicht wissen wer derzeit in diesem sektor das sagen hat das heißt es wird durchaus auch eine aufklärungsmission und daher macht es auch sinn dass ein langstrecken aufklärungsschiff ein forschungsschiff geschickt wurde und nein wir werden die larsson nicht abschleppen und sonst irgendwie in einer form groß mit der hawking beeinflussen können ich hoffe dass wir mit den ingenieuren und wissenschaftlern die wir an bord haben einen weg finden die larsson anderweitig entweder in gang zu setzen oder im notfall zu vernichten nun vor allen dingen herauszufinden warum ihre systeme ausgefallen sind darin ist die sternflotte ausgesprochen interessiert falls es dort draußen eine weitere waffe gibt die unsere systeme ausschaltet wie zum beispiel die der breen dann müssen wir das dringend wissen weitere fragen oder anmerkungen zu meinem gemützustand ich habe mir die frage aus dem mund genommen ketten ging ich davon aus dass wir ein solches schiff abschleppen können aber was ist wenn es noch flugfähig ist wie vielen besatzung mit denen könnten wir es wieder zurück in die föderation fliegen ich gebe mein pet und schaue was die absolute mindestbesetzung für eine sovereign class ist naja also wenn der computer noch funktioniert dann würde ich sagen kann so ein schiff auch ganz gut mit dem autopilot fliegen ist in einer gewissen funktionsweise wenn du es halt irgendwie schaffst die die der kern wieder zu starten also der computer hat die enterprise mit sechs leuten besteuert ja also es kommt darauf an aber unsere automatischen systeme sind seit der zeit von captain kirk etwas fortschrittlicher geworden es braucht ein offizier mit ausreichender kommando befugnis um dem computer befehle zu geben unter idealen umständen ansonsten werden wir teile unserer ingenieure über transferieren müssen das sind alles dinge auf die wir uns an einstellen müssen und an die wir uns anpassen müssen vor ort weil wir keine ahnung haben wie die lage tatsächlich sein wird der chef ingenieur wirft ein ich habe schon ganz andere schrotthaufen zum laufen gebracht es ist im rahmen des möglichen dass wir das schiff finden aber sich bereits jemand anderes dieses schiffes bemächtigt hat und es wenn wir pech haben zum laufen nun gekriegt hat ein schiff mit dieser feuerkraft dem könnten wir nichts entgegensetzen tatsächlich könnten wir das nicht in dem fall müssen wir auf die diplomatische ausbildung der sternflotte setzen ich schätze es ist eine mission die uns an weisheit und kreativität alles abverlangen wird aber ich gehe auch fest davon aus dass diese crew den herausforderungen gewachsen ist falls sie daran zweifel haben können sie das gerne auch mehr privat mitteilen und dann können wir eine lösung dafür finden zufriedenes nicken von den anderen nicht anwesenden spieler charakteren keine zweifel captain hervorragend computer ist die crew vollständig an bord die crew der uss hawking ist vollständig an hervorragend scroll 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 wie heißt er erster erster fester fernrich amati die besprechen ja captain sofort captain die besprechung ist damit beendet bitte gehen sie wieder an die con und holen sie die erlaubnis von deep space nine an abzudocken der katzen kalitianer fernrich springt auf und macht sich bereit bitte alle auf ihre posten danke ja das ist ein allgemeines aufbrechen der chef ingenieur begibt sich sofort wieder in den maschinenraum und startet vorbereitungen für den warp antrieb takalianischer tee 65 grad aha das würde auch diese frage beantworten der genau der pilot begibt sich an die con die brückenoffiziere sonst noch auf der brücke ihre station einnehmen sind da es gibt einen ops mitarbeiter der zweite offizier nimmt seine sind platz ein der lieutenant re hat eine science so eine wissenschaftsstation auf der brücke und ja das genau da würden wir jetzt hier so eine art montage ansetzen wie alle ihre posten einnehmen wie die kapitänin sich das erste mal in ihren captain's chair setzt und zufrieden zufrieden quasi ihren platz einnimmt sie möchte eine geste rüber zu commander rodriguez dass er es dann auf seinem platz nehmen sitzplatz nehmen kann das erste offizier ist das tut er dann haben wir das kommandoteam auf der brücke wir sehen einmal die komplette brücke wie alle ihre stationen eingenommen haben und dann eine ansicht von deep space 9 ops die erlaubnis zum abdocken wurde quasi gegeben die das schiff wird langsam gelöst die 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 man sieht noch so die letzten letzten mitarbeiter von deep space 9 die noch am schiff irgendwas gearbeitet haben schnell noch dass die luftschleuse verlassen die luftschleusen überall schließen sich das schiff fängt an sich langsam weg zu bewegen lichter leuchten quasi und man sieht von der promenade wie ein paar ein paar besucher und ein paar zivilisten an den scheiben nach draußen stehen bleiben und sich anschauen wie das schiff sich langsam weg bewegt und sich richtung sternbasis 621 richtet das war das wird es auch die frage von veränder ich amati sein welchen kurs sollen wir einschlagen captain berechnen sie an kurs zur sternbasis 621 war 5 kurs berecht kurs berechnet und eingeloggt energie und ja und wir sehen wie das schiff sich langsam dreht und in wie fernrich amati die warp antrieb anschmeißt und das schiff sich in den hyperraum begibt in den warp in den warp begibt not glass not glass aus versehen die franchise gesprungen genau aber ich finde mal gebraucht hier einen eigenen catchphrase anstatt energie oder ihr eigenes getränk aber ich bin für vorschläge offen das ist auch nicht mein getränk ich habe lassen sie es krachen fahren sie nirgendwo gegen was hat denn was hat denn jane mal immer gesagt ich habe doch auch immer irgendwas beschleunigen auf deutsch auf deutsch ok abflug es wird vorgeschlagen abflug abflug ein bisschen slang ne auf auf wir nehmen vorschläge entgegen aber wir werden sie jetzt nicht alle lesen umsetzen gut dann gibt stoff genau dann haben wir jetzt an dem punkt wo wahrscheinlich eine während pause eingeblendet und dann macht doch ein bisschen werbung für dich oh ja werbepause wenn ihr wollt könnt ihr auch morgen auf dem julie kanal verbrechen immer nur diese würfel kaufen sie diese würfel kaufen sie kaufen sie joom just sticks auf der promenade von deep space 9 kaufen sie julia ein green screen oh ja das wäre eine gute idee das ist ein service announcement danke dass ihr alle patreons bei orkenspalter tv oder bei mir genau dann blendet blendet das schiff wieder ein wie es quasi durch im warps sich bewegt und wir haben an dieser stelle wird jetzt überblendet wir hatten knapp ungefähr eine woche flugzeit bis ihr bei stern basis 621 angekommen seid alles ein bisschen ich sag mal am arsch der galaxis wo wir hier unterwegs sind und in dieser einen woche wenn ihr irgendwas besonderes gemacht haben wollt könnt ihr das gerne sagen ansonsten erzähle ich einfach mal drüber genau also in ein re arbeitet weiter an seinen experimenten nein nein in ein re möchte die in zusammenarbeit mit dem chef engineer die langstreckensensoren des schiffes überarbeiten denn ein großes schiff der sovereign klasse klasse wird auf die eine oder andere art und weise charakteristika haben die man scannen kann also wenn es der warp kein deaktiviert ist und wird es mit der warpsignatur wahrscheinlich schwierig sein vor allem wenn das schiff nicht auf warp geht aber es wird irgendetwas geben nachdem man eben gezielt scannen kann irgendeine weiß ich nicht mischung oder energie oder bewaffnung also ich versuche mehr ich suche auf jeden fall die schiffs charakteristika heraus aus der datenbank und suche nach etwas das also in dieser art und weise möglichst nur in diesem schiff vorkommt ok spielst du darauf an dass du jetzt schon ganz konkret was machen möchtest oder sollen wir uns das einfach für später notieren dass dein charakter das gemacht hat ich beschäftige mich halt einfach damit wie wir dieses schiff gut finden können ok das macht sinn ja dann moment ich und hier mir das mal dann haben wir das auf jeden fall schon mal erwähnt außerdem zeige ich dem lieutenant commander samuel rodriguez sein quartier das nach meiner recherche vermutlich ähm vermutlich auf deck eins oder deck vier sein wird sind die größeren quartiere das ist eine sehr exakte artgabe deck eins ist die brücke computer wo ist das quartier von commander rodriguez die offiziersquartiere befinden sich auf deck vier ja sektion 12 die hatten zu 50 prozent recht kann ich kurz mal was einwerfen bitte bevor hier irgendwas im chat abgeht was ich nicht möchte ich möchte nicht dass mir jemand ein screen greenscreen kauft okay gut schon links posten bitte nicht wir haben gerade alle relativ lange lieferzeit ich möchte mir einen hintergrund zulegen kein greenscreen aus diesem grund ich habe auch schon überlegt ob der denn wir haben bei dir reinpassen würde wahrscheinlich nicht das ist ein display das also hoch zieht das ist wahnsinnig praktisch aber es hat zwei meter breit das würde hier glaube ich hin passen also der raum ist gerade groß genug dass man eine virtual reality headset konfigurieren kann dass man gerade so gegen die wand läuft das ist ja super praktisch also groß genug ist das ist ein elgato ding das kostet aber 150 euro okay aber ja ja das ist das was ich habe ich kann den green screen quasi hier einfach mit einer hand runter ziehen und wieder hochziehen und der steht habt ihr das habt ihr das auch die ganze zeit eigentlich dass ihr so star trek musik im ohr habt das immer noch werbepause und vor allen dingen und vor allen dingen fühle ich mich episch etwas gemacht aber ich glaube das war nur ein kurzer blöcken also ja ein gut ein greenscreen wäre wahrscheinlich würde ich ja wahrscheinlich tatsächlich noch ein passen ja das stimmt okay wenn alle den gleichen hintergrund haben sollen dann müsste ich natürlich auch ein greenscreen haben das stimmt schon ansonsten ja könnte ich mich auch im hintergrund bemühen das schlimme ist als du werbepause sagtest habe ich so bunte bälle runterfallen sehen von meinem das ist eine gute frage was anderen gerade gesagt hat generell da wir ja in session zero sind und das jetzt festlegen können wollen wir irgendwelche spacige hintergrundmusik für sowas einblenden oder spielt ihr lieber ohne hintergrundmusik was für mich schon reichen würde als konsument wäre die ganze zeit ein brummen des warp antriebs und ab und zu so ein leises piepen dieses einfach es gibt auf youtube ja auch jede menge videos einfach nur 18 stunden enterprise brücken atmosphäre das fände ich schon super okay top aber die können wir gerne machen also ich habe auch überlegt so ein hintergrund einzublenden dass wir tatsächlich so eine soundkulisse haben jetzt nicht space musik sondern eben sowas ja die sache ist entweder schickt julia das über ihren ihren zoom channel quasi mit ins gespräch und ich nehme es dann über meinen mein desktop quasi auf oder ich kann es in obs reinpacken aber dann hören wir es nicht sondern nur die zuschauer genau oder also natürlich könnte man jetzt hören wenn sie sich aber dann noch mal anders ja aber es ist ja wichtig dass die leute draußen das hören wir können sie immer noch ein muss doch noch mal nachher gucken ein egal was die leute draußen hören ich will es mir gerne an machen was ich kann es mir ja auch selbst sozusagen im hintergrund dann vielleicht mit dem headset aber die idee finde ich auch nicht schlecht mit dem mit dem mit dem mit der hintergrund sounds von schiffen sozusagen na dann zurück zum thema kommander variks nutzt die woche um in jeder abteilung mal vorbeizuschauen und und dieses dieses halb unangenehme von dem freundlich reinschauenden kommandierenden offizier der über die schulter guckt durch umzusetzen das hier ist also die astrogation interessant auf welchem stand ist denn die programmierung und auf dem neuesten stand captain wir haben extra auf deep space nein noch dass das das neueste die neuesten upgrades installiert oh hervorragend wie lange sind sie schon auf dem posten seit drei monaten seit drei monaten interessant ich nehme an sie tauschen sich auch mit dem obersten wissenschaftsoffizier aus lieutenant rei ja ja captain ja schaut so ein bisschen so wie ist ihre meinung von lieutenant rei äh 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 captain wie ist die eindruck äh wir wissen die 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 zwei wissenschaftler die hier in diesem labor stehen schauen sich kurz so eine seite an wir sind sehr zufrieden mit lieutenant rei captain hervorragend der 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 zweite offizier der noch so im hintergrund steht guckt so ein bisschen betreten und wirkt so als wollte er noch irgendwas sagen aber traut sich dann nicht vielen dank weitermachen ja solche szenen spielen sich dann regelmäßig ab um sich so ein bild zu machen wie der rest der crew miteinander funktioniert wer wen leiden kann oder nicht leiden kann das übliche halt genau genau du hast auch zeit dich mit deinem ersten offizier noch ein bisschen mehr und zu unterhalten und da auch dass die kommandostruktur sozusagen so ein bisschen zu etablieren ganz wichtig was ist sein vor sein getränk dass er immer bestellt start-track-offiziere müssen immer ein bestimmtes getränk bestellen das ist immer die dürfen auch nie was anderes trinken war eigentlich ein heiß getränk seiner wahl und auch wichtig welche sportart auf dem holodeck sportart und welches holodeck programm am liebsten wichtig ist auch wie viele wie viele stunden pro woche haben wir im holodeck zwei oder so man kann hier zusammen legen wenn mehreren reingeht das kommt darauf an das kommt darauf an wer die stundenzuweisung organisiert das würde der erste offizier machen nämlich ungeahnte macht ihr könnt mir gerne noch nachrichten schicken in denen ihr schreibt was euer lieblings holodruck holoprogramm ist das wird auch nie irgendeine rolle spielen also als train muss ich natürlich die schlammwäder wählen das ist ja klar ganz klar ja bei mir ist das auch keine große frage so offensichtlich batlett kampf oder sowas da kommt jetzt dass das frühere training von lieutenant rei raus vor seiner wissenschaftler karriere ja das ist eigentlich man kann sich ja mal unterhalten ich habe mich ja bisher noch nicht so arbeit vertieft noch nicht so richtig mit lieutenant commander rodriguez unterhalten aber wenn sich irgendwann die gelegenheit ergibt auf der brücke dann kann man das ja nachholen auf dieser woche richtig ja nein wenn commander rodriguez da bock drauf hat auf der brücke zu quatschen das kann er jetzt überlegen ja natürlich gerade überlegt was seine lieblings holo shows oder programmen sind ich würde sagen spanische gauner geschichten des 17 jahrhunderts die während der besiedlung südamerikas spielen das hatten wir glaube ich noch nicht bei star trek ich glaube das ist neu aber auch da kann irgendjemand altertümliche musikinstrumente an bäumen zerschmettern das ist eine wichtige voraussetzung da sind sie sind sie gerade mit der zuteilung der holodeck zeit beschäftigt ja tatsächlich haben sie wünsche keine besonderen oder haben sie eine idee über das effizienter gestalten können ich mache gerade seine tabelle und ich schreibe jedes mannschaftsmitglied hier rein und die wunschzeiten hier und ich sitze seit tagen dran macht seit tagen nichts anderes als die holodeck zeit naja immer mal nebenbei aber es ist schon wichtig ich habe sehr 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 seit 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 bekannt wurde dass das meine pflicht ist habe ich sehr sehr viele wünsche erhalten muss der wissenschaftsoffizier jetzt die fortgeschrittenen funktionen von space excel erklären und sie können hier sie können sie können natürlich bestimmte parameter einstellen die so bestimmte sortierungswünsche einstellen ob bestimmte personen bevorzugt behandelt werden sollen nein nein jeder soll gleich behandelt werden ja und dann gibt es natürlich noch also es ist natürlich gut wenn es außerhalb der dienstzeit stattfindet meistens gut ich bevorzuge morgens um fünf das ist echt das trifft sich sehr gut da hatte ich bisher noch niemanden ja ich weiß deswegen meistens ist das holodeck auch leer also wenn es gibt ich habe überlegt einfach alles zufällig zuweisen zu lassen und dann soll jeder einfach mit dem tauschen dessen slot er haben will das würde mir das ist eine möglichkeit allerdings sehe ich die gefahr dass dann vielleicht personen ihren rang ausnutzen aber sie können das natürlich zufällig gestalten vielleicht gibt kommt es dann nur zu unzufriedenheit es gibt vielleicht auch zusammenhang mit der arbeitsauslastung also je nachdem also genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt das ist ja recht selten dass man ein holodeck auf einem nova klasse schiff hat ja ja ich hatte schon überstunden belohnt mit mehr mehr holodeck zeit ist das normalerweise die übliche praxis auf einem sternschiff ist dass man mit für überstunden belohnt wird war das eine frage an den captain gerade ich glaube nicht haben sie schon mal drüber nachgedacht das einfach gar nicht zu organisieren und zu sagen wenn es frei ist ist es frei und wenn nicht dann nicht das habe ich tatsächlich schon länger wie gesagt ich sitze jetzt schon eine weile dran aber da sie sehen ja ich habe schon einige arbeit hier reingesteckt es wäre jetzt auch irgendwie schade wenn ich das alles wegschmeißen würde oder kann der computer das nicht berechnen natürlich kann der computer computer berechne ideales verteilung bestimmte parameter wenn sie bestimmte parameter geben ist das natürlich berechnet so ich würde sagen computer computer eingabe der crew zuteilung für holodeck zeiten konstanten einfügen lieutenant commander samuel rodriguez welche zeitenkommande ich weiß nicht genau ich würde auch fünf uhr morgens sie nehmen auch fünf uhr morgens ja wir können uns unsere zeiten doch zeilen dann haben wir also ich hätte ja sehr gerne sehr gerne sehr gerne ich habe da ein ganz hervorragendes programm das wird ihnen gefallen computer konstanten einfügen lieutenant commander samuel rodriguez und lieutenant ähm in ein rieh dienstags donnerstags gibt's wochentage ja ne ja montag montag mittwoch donnerstag und samstag jeweils fünf uhr eine stunde mehr das sind dann unsere beiden slots die woche ja genau unsere jeweils beiden slots ja versteht wir müssen natürlich noch absprechen was für programme gelaufen haben aber ich bin sicher wir finden etwas das uns beiden gefällt ähm mögen sie wie sieht es aus mit ähm klingonischer äh klingonischen kampf übungen äh äh ich bin offen für alles kennen sie die äh geschichten von äh Don Pedro hat das mit mit kampfübungen zu tun nein dann kann ich sie nicht ja ansonsten sollten wir vielleicht dem ähm dem captain noch äh eine gewisse zeit verhalten und äh vielleicht auch noch dem chief damit er das holodeck auch am laufen hält das ja ja natürlich wir müssen wartungszeiten einbauen sonst hätte jeder das habe ich schon errechnet sonst hätte jeder zweieinhalb stunden in der woche aber ich habe diese diesen puffer mit eingebaut ja ähm es wäre außerdem hilfreich für die äh für die für den wissenschaftsstab gewisse zeiten zu haben in dem auch experimente durchgeführt werden können also es ist so wie es versteht sich natürlich von selbst dass also arbeitseinsätze sowieso vorrang haben sollten und alle anderen denke ich kann dann der computer relativ zufällig zuteilen vielleicht noch vielleicht noch immer wir können auch die 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 bedingungen einfügen dass es immer entweder vor oder nach dem am dienstplan sozusagen angedockt wird und dann müssten wir etwas bekommen mit dem zumindest die meisten zufrieden sind gut wie viel zeit brauchen wir in der woche für wissenschaftliche berechnungen im holodeck das kommt das kommt ein bisschen darauf an also wir werden im moment recht viele simulationen durchführen müssen denke ich deswegen sollten wir fünf stunden die woche starten ja ja das passt noch in den puffer ja ja und vergessen sie nicht unseren doktor der in den holen der ist ja auch noch nicht da den kennst du überhaupt nicht wozu braucht der doktor das holodeck ich erkenne ihn nicht ich weiß nur dass er noch nicht da ist und dass er natürlich auch also man sollte einfach in der crew liste bereits geführt sein und sollte ja natürlich ist es geführt er ist mit eingeplant sicher ja gut ja was sind das für geschichten die sie da auf dem holodeck abenteuer geschichten es geht um die entdeckung neuer kontinente und erst kontakte mit indigenen völkern und kampf gegen unterdrückerische regime die sie ausmerzen wollen und das hatte ich schon außerhalb des holodecks ja ich auch aber ich hätte nicht gedacht dass sie in meiner kurzen sternenflotten karriere sozusagen das einzige ansprechen naja gut wie auch immer ja das klingt auch was für den für den doktor wenn er dann an bord ist ich habe gehört er hat eine vergangenheit was das angeht ach ist das so das musste ich gar nicht aber ich freue mich schon darauf ihn kennenzulernen ich habe gerüchte gehört dass er ich weiß nicht ich will nicht zu viel verraten wir werden sehen kommander sie sind sich im klaren dass ich weiß was sie gerade gedacht haben nein nein das habe ich tatsächlich vergessen gut also ich habe das gerücht nicht gehört aber ich werde ich werde es nicht weiter sagen danke das ist das ist das ist kein grund kein grund sich unwohl zu fühlen kommander ich arbeite jetzt in meiner kabine weiter ich finde das sehr schön dass das wir immer in jeder szene mit in ein read leute immer noch mal daran erinnern müssen dass es ein damit wir das nicht vergessen aber ja ja soviel so ein bisschen das macht spaß wenn mich pizza schreibt unter captain moriata wäre das nicht passiert ja sehr schön so dann würde ich jetzt an dieser stelle mal sagen erlösen wir mal den armen tim ja bitte und seiner einsamkeit auf sternbasis 621 ähm tim dr morris baker du bist seit einiger zeit auf sternbasis 621 wie viele jahre ist es ungefähr her dass wir dich im ungesendeten piloten gesehen haben das habt ihr glaube ich festgelegt ähm müsste marie sagen konnte ich glaube so dreieinhalb oder so eine art ja dreieinhalb genau also äh das heißt wie genau äh tim spielt seinen charakter aus dem ungesendeten piloten aus der star trek adventures folge die vor kurzem äh zum ähm lieutenant ähm degradiert und äh auf äh diese ungeheuer wichtige sternbasis versetzt wo ich irgendwelche ungeheuer wichtigen niederen forschungstätigkeiten ausführe genau du bist quasi äh der äh höchstrangige medizinische offizier auf sternbasis 621 das heißt aber auch nicht viel ähm hast auch relativ wenig äh Leute die da sonst noch mit dir zusammenarbeiten eigentlich ja äh du du forschst aktuell an irgendeinem medizinischen fachthema was eigentlich niemanden außer dir so richtig interessiert ähm beschäftigt sich nebenher als poloautor genau weil das auch das einzige ist was hier irgendwie zu unterhaltung führt und ähm ja behandelst zwischendurch mal irgendwelche verletzten knie oder ausgerenkten schultern falls mal wieder irgendeiner von den äh ops mitarbeitern zu hardcore parisi square auf dem holodeck gespielt hat ähm aber sonst ist es eigentlich ziemlich ruhig und was du darts auf eine scheibe mit dem bild von admiral harrison und ähm genau die ähm genau die du dich haben neue ähm befehle erreicht tatsächlich völlig überraschend eigentlich dir wurde quasi gesagt dass du dich bitte bereit machen sollst deinen neuen posten einzunehmen als äh chefarzt auf der uss hawking und zwar äh auf anfrage von commander war ex die dich tatsächlich konkret angefragt hat dass du der dass du der chefarzt werden sollst auf dem schiff ähm groß mehr informationen hast du nicht wie üblich bei einem transfer könntest du jetzt gründe anbringen warum du das nicht machen willst oder sonstige formalitäten aber ähm ich wurde mir konnte mir vermutlich ansehen nach wie geschäftig versetzt werden sollte und ähm was für informationen habe ich über den ketten äh bekommen was irgendwas darauf hindeutet warum woher sie mich überhaupt kennen könnte oder ja du du kannst im computer definitiv ich meine du hattest jetzt auch noch gut anderthalb wochen zeit seit du diese befehle bekommen was heißt du das genügend zeit dich einmal im computer komplett gemütlich durchzulesen was die gesamte alles was ist über das schiff zu wissen gibt und über die command crew also du siehst eben die daten zu commander war ex und commander rodriguez et cetera und es gibt sage ich mal von der von der biografie her oder so keinerlei connect also keine keinerlei punkte woher sie sie kennen könntest oder woher sie dich können könnte und du findest in der datenbank hat alle informationen die öffentlich verfügbar sind also du kannst ihren service record einziehen kannst sehen wo sie vorher gewinnt hat du kannst sehen was dass sie ein verbundener drill ist und solche sachen aber es gibt keine weiteren informationen über die mission die ist als kleise weit also dies vertraulichen markiert genau das heißt aktuell weißt du einfach nur es geht um eine es geht um eine längere mission auf dem schiff und eben posten des chefarztes wieder eine eigene krankenstation auf schiff tatsächliche mitglieder eine eine art besatzung die du und die du tatsächlich unter dir hättest also eben kranken schwestern und pfleger in irgendeiner form joa und die usis hawking wurde mit einem holodeck ausgestattet vor kurzem ja das habe ich natürlich gelesen das mit einem sehr mit einer sehr komplexen internen maschinerie aufgeteilt ist wer das man benutzen darf genau das heißt wir würden jetzt direkt zu dem punkt skippen wo wir quasi an sternbasis 621 ankommen und meyeri cap captain ja komm der fernrich dockt die uss walking an ihr werdet entsprechenden berechtigung bekommen du darfst dich auf du und alle mitarbeiter alle besatzungsmitglieder die gerne auf die sternbasis gehen ihr seid wahrscheinlich ein paar stunden hier bis der transfer über übergeben ist tatsächlich halten sich aber soweit in bereitschaft und möchtest du den wissen den dr baker in irgendwie begrüßen oder empfang nehmen oder möchtest du deinen ersten offizier schicken oder möchtest du sagen der soll einfach an bord kommen wie möchtest du den übergaben in handhaben dr baker computer bitte kontakt mit dr baker auf der station aufnehmen dr baker baker hier möchten sie selbst an bord kommen oder sollen wir sie rüber beamen lassen dunavarics hier so bereits im transport hervorragend ich erwarte sie auf ihrer station ok der ops mitarbeiter auf der der ops mitarbeiter auf der brücke ich sag die ganze zeit mitarbeiter besatzungsmitglied ops bereit zum transport beamt dr baker tatsächlich direkt auf die krankenstation oder möchtest du im transporter raum ankommen das gehe dass ich auch gepäck dabei habe würde ich schon sagen ok du kommst im transporter raum an wie sich das für ganz normal gehört und kannst dich von da dann in dein quartier begeben deine sachen abladen und dann zur krankenstation ich hoffe irgendwer zeigt mir auch mein quartier ist weil ja du 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 kannst vom computer herausfinden wo dein quartier ist die die offiziersquartiere befinden sich auf der der natürlich hingeführt genau vielleicht findest du auch einen fernrecht der dich hinführt ja kommander rodriguez wollen sie den neuen medizinischen offizier auch begrüßen ähm muss ich nein natürlich nicht sie haben die brücke ja muss ich dann geht kommander varex zur krankenstation um dort ihren neuen offizier zu erwarten geduldig sehr geduldig irgendwann findet sich auch dr baker auf der krankenstation ein dr baker du sie dr baker ist ein mensch mittleren alters mittel groß keine haare und rasiert mit leichtem oberlippenbart trägt aber wirkt einigermaßen durchtrainiert trägt eine starfleet medical uniform und darüber eine strickjacke mit kapuze also eine blaue uniform und dann eine strickjacke ja genau dr baker über seinem ähm über der schulter hat er tatsächlich eine art rucksack oder sowas so eine art und äh kommt zur tür der krankenstation herein und es überrascht dich da bereits zu sehen dr baker frieren sie sir wegen der jacke äh nein sir gibt es dann ansonsten einen grund warum sie die uniform abgewandelt haben wenn sie wünschen kann ich das gerne beheben sir das wollte ich damit nicht sagen ich wollte nur wissen ob es dafür einen grund gibt persönliche gründe sir gut behalten sie sie das ist die krankenstation sind sie mit den einrichtungen auf einem schiff der nova klasse vertraut ich habe mich mit den spezifikationen vertraut gemacht haben sie schon mal mit einem mhn gearbeitet ähm ich bin durchaus mit polo technik vertraut aber wenn ich es richtig gelesen habe ist das mhn noch nicht aktiviert das war nicht aktiviert julia das ähm ja genau das die die nova klasse hat eigentlich kein mhn installiert also zumindest es gibt äh ich hab schon zum teil sachen im chat gelesen dass leute sagen oh die nova klasse hat aber dies und das und die hat aber eine captainsjacht und keine ahnung was ähm in star trek adventures wenn man ein schiff erstellt erstellt man das wie einen charakter und muss dann bestimmte ähm sachen auswählen die das schiff hat oder nicht hat das heißt äh es hat keine captainsjacht soweit ich das aktuell weiß jedenfalls nicht laut dem charakterbogen den wir erstellt haben dafür war außerordentlich tolle sensoren ja und ähm es hat auch aktuell keinen mhn äh tatsächlich installiert zumindest nicht standardmäßig okay dann äh vergessen sie die frage doktor genau aber genau also wir haben wir hatten vorhin drüber gesprochen deswegen äh hat meyeri das gefragt wer wir haben vorhin drüber gesprochen dass dr. baker durchaus in der lage sein wird den den mhn der da so backup mäßig noch irgendwo in der datenbank roben gammelt raus zu kratzen und wieder zu laufen zu bringen so dass ihr später tatsächlich ein mhn haben könnt aber das wird wahrscheinlich noch darauf warten dass dr. baker das ich meine wenn wir ein holodeck haben können wir doch auch einfach dem computer sagen erschaffe ein mhn ja und es muss schlau genug sein nein das machen wir nicht wir haben die holomatrix könnte sich dekompilieren aber das medizinische ähm die medizinische abteilung ist natürlich ebenso mit hochklassigen holometern ausgestattet das ist sie wir haben auch eine grundinstallation möchte ich es nennen eines mhn in den datenbanken aber es bräuchte etwas arbeit von jemandem der sich sowohl mit medizin als auch mit holotechnik auskennt um es in den einsatz zu bringen falls sie neben ihren anderen pflichten die zeit dazu finden würde ich das durchaus begrüßen da wir nicht sehr viel medizinisches personal an bord haben und nicht wissen wie viele wir tatsächlich brauchen werden speziell wenn wir unter umständen unsere crew aufteilen müssen auf zwei schiffe drei pflege aber ich das hier richtig lese ja und sie sind der einzige tatsächliche arzt an bord dementsprechend erwarte ich auch dass sie sehr gut auf sich aufpassen doch dass die uns überhaupt erlaubt haben eine woche durchs all zu fliegen ohne arzt anbauen ich weiß dass sie länger nicht auf einem raumschiff eingesetzt waren aber ich bin überzeugt davon dass sie sich schnell wieder einleben werden danke sir haben sie erlauben sie dass ich aufgespräche für sir selbstverständlich diese mission wurden wir strafversetzt nicht dass man es mir mitgeteilt hätte nein hatten sie zufällig einen streit mit admiral harrison in letzter zeit ich hatte bisher noch keinen kontakt mit admiral harrison soweit ich gehört habe ist das auch vorteilhaft ich kann sie dazu nur übergehören zum glück wünschen nein wir sind nicht strafversetzt wir haben eine relativ schwere mission zugeteilt bekommen für die relativ kleine besatzung und das kleine schiff das wir haben wer hat mich für diese mission vorgeschlagen ich habe sie persönlich ausgesucht ich wusste nicht dass wir uns begegnet sind sind wir auch nicht wenn sie eine frage stellen wollen dann stellen sie sie die sternflotte ist momentan wirklich nicht besonders gut besetzt oder sie haben ja eine ganz schön negative meinung von sich selbst herr doktor ja sicher nicht ich ging nur davon aus dass die politische macht des admirals immer noch ausreicht um mich von jeglichem raumschiff fern zu halten offensichtlich nicht wenn gezielt sie für eine mission angefragt werden für ein relativ kleines schiff zumindest gab es keinen großen widerstand gegen die anfrage keinen großen widerstand man wollte wissen warum das konnte ich begründen an dieser stelle kann ich zumindest als hintergrund noch hinzufügen dass der punkt bei Mairis bei Commander Variks' Crewauswahl tatsächlich war dass es die mission so bald wie möglich starten musste und das schiff sich eben schon in der region um Deep Space Nine befand und man deswegen dir einen gewissen Rahmen vorgegeben hat in dem du dir bitte eine Crew aussuchen sollst die vor allem auch in dem Rahmen beschränkt war wie schnell die auf Deep Space Nine oder irgendwie in der Nähe sein können und das tatsächlich ich übersetze das mal du nimmst was da ist ja du musst es nehmen was da ist und der einzige noch besser qualifizierte medizinische Offizier ist der medizinische Offizier von Deep Space Nine und der wollte verständlicherweise nicht gehen immer dieser Bashir ja kein Bashir der wäre vielleicht auch ein bisschen zu erfahren gewesen in dem Moment als dass du den hättest anfragen können aber die genau also Dr. Baker war quasi von der Erfahrung her und auch von der Dienstzeit her und um ihn eben zum Chefarzt zu machen einer der besten Kandidaten in dem in dem Gebiet was dir zur Auswahl stand der Rest der Crew das hat man vielleicht auch schon gemerkt trotz der roten Vermerke in der Akte bitte? trotz der diversen roten Vermerke in der Akte ja es geht das sollte man vielleicht an dieser Stelle sagen also zum einen die Crew ist relativ jung tatsächlich also das hat auch Commander Variks gemerkt bei der Auswahl wirst du das festgestellt haben ich meine ihr habt einen Lieutenant Junior Grade als Chef Wissenschaftsoffizier sozusagen euer Chief of Security ist auch ein Lieutenant Junior Grade du hast quasi so ein bisschen eine Mischung aus was halt da war und was gerade von der Akademie gekommen ist aus solchen Gruppen haben sich schon die besten Crews überhaupt zusammenschweißen lassen das kriegen wir schon hin und zu dem zu der Akte von Dr. Baker sollte man noch sagen da sind tatsächlich keine roten Vermerke oder irgendwas drin also alles was mit dir passiert ist du wurdest es lief alles unter der Hand es lief alles unter der Hand genau das weißt du auch weil du kennst ja deine eigene Akte also du weißt ja dass da nichts Konkretes drinsteht wogegen du dich hättest auch beschweren können weil es gibt ja Degradiert bitte? genau außer dass du degradiert wurdest auch Commander Variks das hast du auch gelesen bei der Auswahl dass Lieutenant Commander Baker degradiert wurde zum Lieutenant und zwar aufgrund eines technischen Fehlhandels also er hat quasi eine Krankheit ein Gegenmittel bzw. einen Impfstoff für eine Krankheit entwickelt aber er hat bei seinem wissenschaftlichen Vorgehen und bei dem Vorgehen auf dieser Mission irgendwelche Regulationen nicht eingehalten er hat irgendwelche Formalitäten nicht befolgt was du auch weißt dass das unter dem Druck einer Mission wahrscheinlich irgendwie verständlich ist also es ist auch was was dich überrascht hätte dass man deswegen degradiert wird und du hast das quasi auch das würde dich stutzig machen würde ich sagen aber es ist nicht so als wäre in der irgendwelchen roten Vermerke dass der sich irgendwie total schlecht verhalten hat oder so also augenscheinlich sieht das erstmal ein bisschen verwirrend aus weil es keinen eigentlichen wirklichen Grund gab den weiß eigentlich vor allem Offenbar hätte ich dem Attenborough mir Kreaten WT zugetraut Gesundheit und immer in die Armbeuge richtig in die Armbeuge husten ja gut aber seien sie versichert Doktor natürlich war die Auswahl an Personal begrenzt auf die ich zugreifen konnte zumal die Mission relativ kurzfristig anlaufen musste aber ich habe sie durchaus bewusst ausgewählt die Mission die Mission sie waren bei dem Briefing logischerweise nicht anwesend da sie noch nicht an Bord waren unsere Mission ist es ein verschollenes Schiff an der Grenze zwischen den Ferengi und den Karassianern aufzuspüren die USS Larsen die dort einen vollständigen Systemausfall hatte unsere Aufgabe ist es das Schiff aufzuspüren zu verhindern dass es jemand anders ausschlachtet oder übernimmt und möglichst herauszufinden was mit der USS Larsen geschehen ist und sie wenn möglich zu bergen ich nehme an dass sie nicht unbedingt zu den Leuten gehören werden die dort mit der technischen Arbeit an Bord zu tun haben werden aber ein so lange schon verlassenes Schiff zu bergen und zu untersuchen birgt auch eine Menge Gefahr und daher brauche ich einen fähigen medizinischen Offizier Danke für Ihr Vertrauen Sir Wenn Sie noch Fragen haben? Moment nicht ich würde mich dann in der Station einrichten Hervorragend Oh und wenn es darum geht dass Sie das Holodeck nutzen wollen die Zeiteinteilung hat Commander Rodriguez übernommen Das ist mein wichtigster Job auf dem Auf dem wurde die meiste Zeit verwendet Ah meine Kamera hat sich wieder Danke Ich werde mich an den Commander wenden Hervorragend Weitermachen Meine Kamera ist unscharf Gut Während du ihn verlässt werde ich im Hintergrund des Bildes ein paar Sachen ausräumen und in Regale stellen und sowas Wenn Maike Julias Bild ganz klein stellt dann fällt es nicht so auf Kurze Frage Ja jetzt wollte ich gerade fragen Falls es passiert dass die Kamera mal unscharf stellt oder irgendetwas schief geht Ist das dann hilfreich das Video kurz zu beenden und neu zu starten oder macht es bei dir dann irgendwas kaputt mit der Einbindung? Wir müssen uns dann nur merken dass in welcher Reihenfolge Leute dazu geschaltet oder ausgeschaltet werden Normalerweise weiß ich aber nicht ob es das Du kannst einfach Wir haben doch einen Exploit dafür Maike du hast doch neulich erklärt wie man mit Skype und Zoom gleichzeitig die Kamera richtig einstellt Ja dafür braucht man die neueste Version von Skype und sie müsste Skype vor Zoom gestartet haben und dort die Kamera einstellen Weil du kannst darüber auch mal eine Novelle einstellen Das wäre gut zu wissen weil ich dann auch den Zoom meiner Kamera benutzen könnte Hm Also ich weiß dass ich auch die Kombination von meiner Kamera mit LogiCapture benutzen kann Aber Also wenn du Skype auffasst bevor du Zoom aufmachst dann kannst du in den Skype Webcam Einstellungen alles verstellen und Zoom vernimmt das dann Ja Schau mal ob das gerade geht Manchmal funktioniert das gleichzeitig Manchmal nicht Normals Skype oder Skype für Business? Skype Ganz normales Was noch immer ihr für ein Skype werdet Oh Der Special hier so Normales Skype oder Skype für Business Also ich Julia meines Wissens nach als letztes in in die Suche eingeklingt hat Nein ich war der Letzte Oh Oh Okay Ja schlecht Ja dann Müsstest du dich auch deaktivieren und wer weiß was dann alles passiert Du kannst deine Kamera natürlich einmal kurz ausmachen und wieder anmachen und schauen ob das was ändert aber dann muss Nico sie auch ausmachen und zwischendurch wird alles nach Salat aussehen Das macht ja nichts Die Leute wissen doch, dass es ein Test ist hier heute oder? Ja Also wenn im Chat sich jemand daran stört, dass wir noch ein bisschen an der Technik rumwurschteln dann bitte jetzt melden Ja Dann Nico, Julia macht mal eure Kameras aus Ich finde gerade nicht die Einstellung für die Kamera in Skype oder so ist das Dann hast du noch nicht die richtige Wissens für Skype Nico du musst deine auch ausmachen Ja ja ich arbeite dann Ah Und jetzt Julia wieder an Und Nico Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen besser Ja es ist ein bisschen besser Ah ne jetzt stimmt Okay ja bei mir sieht es jetzt wieder scharf aus und nicht unscharf Okay Habt ihr denn Skype gerade noch auf? Wenn wir jetzt eh schon dabei sind Skype ist jetzt im Hintergrund gespielt Startet glaube ich Ich frage jetzt nur, ob ihr über die Skype Version, die ihr gerade auf habt, irgendwie an eure Webcam Einstellungen rankommt Wie gesagt, ich habe auch ein Programm für die Webcam Einstellungen, was ich dafür benutzen könnte und über das ich auf die Kamera steuern könnte Ja aber normalerweise, wenn du damit zugreifst mit dem Logitech, wenn du darüber auf die Kamera zugreifst, kann Zoom nicht drauf zugreifen und andersrum Okay Ja ich habe die Kamera Einstellungen, da ist ähm Muss ich da irgendwas besonderes anklicken, was du gerade meinst? Oder, also mein Fokus ist auf automatisch gestellt Dann mach das aus Genau, da kannst du ihn ja auch händisch einstellen Okay Und wenn wir schon dabei sind, falls Anselm das auch machen kann, er ist ein wenig sehr hell Er kann sich ein bisschen dunkler machen Bei dem ist alles super Dann passt das mit deinem Charakter Okay, Webcam Einstellungen Esser Ja, du bist immer noch zu guten Teilen überstrahlt Der jetzt Ja, Tim ist jetzt noch besser Was? Ja, Tim ist jetzt noch schärfer Und was? Ich habe mal was gemacht Okay Oh, okay Vorbildlich, du machst das so gut Okay, der Nerdpunkt irritiert, ich mache den Nerdpunkt wieder aus Ich will den Nerdpunkt wieder haben Was muss ich tun, um den Nerdpunkt wieder zu haben? Wir gucken ihn dir aus und schicken ihn dir So, ich bin jetzt auch etwas nicht mehr ganz so angestrahlt Ja, das ist besser tatsächlich Okay Na, das macht mit deinem Hintergrund blöde Dinge jetzt Das ist richtig, das kann ich aber auch wieder korrigieren So, Videoeinstellungen So, eine Frage, welche Skype-Version habt ihr? Jetzt müsste es wieder hinhauen So, ah Diese 858093 Okay, das ist deutlich Naja, ist das Vorschau oder ist das Mainline? Unter Einstellungen und unter Audio und Video kann ich das bei mir einstellen Da steht Webcam-Einstellungen direkt unter dem Bild Wenn du das noch nicht hast, dann Also das ist relativ neu Ja, aber bei dir ist es auch okay Ja, ich will die Steuerung haben, dass ich mich Mach das mit dem Licht wieder an, Nico Weil sonst flackert mein Hintergrund so auf Ja Ja Wenn dein Gesicht zu hell aussieht oder so Ansem bedankt sich passiv-aggressiv bei Xilbo Für die Anregung, um seinen Nerdpunkt wegzunehmen Aber wir können das mit dem, wie das mit Skype und Zoom gleichzeitig funktioniert Können wir ja zwischenzeitlich dann Ja, vor dem nächsten Stream auch noch klären Also, Tim, du musst dann schlicht und einfach die neueste Version von Skype installieren Das musste ich auch, damit das geht Ich denke, jetzt muss Xilbo bitte den Nerdpunkt ausdrucken und Ansem schicken Ja, genau Oder vorbeibringen, wir wohnen nicht weit auseinander So Gut An dieser Stelle möchte ich dann jetzt gerne wieder einsteigen, wenn wir so sagen Ja, darf ich? Ja, du darfst Ich aktiviere meinen Kommunikator Lieutenant, Dreh an den Captain Captain, hört Captain, wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden Die Langstrecken-Sensoren auf unser Ziel anzupassen Aber es gibt ein Aber Hätten Sie Zeit? Selbstverständlich Sie sind Auf der Brücke Auf der Brücke Auf der Brücke Ich bin sofort da Der Captain kommt auf die Brücke und marschiert rüber zur Arbeits... zum Sitzplatz von Lieutenant Rhee Das ist folgendermaßen Die USS Larsen verfügte und verfügt hoffentlich oder vielleicht noch über ein gewisses Arsenal an Quantentorpedos Wie Sie wissen, verwenden Quantentorpedos eine durch eine Antimaterie-Materiere-Reaktion initiierte Verzerrung des Raumzeit-Kontinuums Ähm... Diese erzeugt in einem hochfeinen Vakuum eine elf-dimensionale Membran, deren Zerfall- bzw. Rekombination mit dem Hintergrundvakuum zu einer massiven Partikel- und Energiefreisetzung führt Dafür ist eine komplexe quantenphysikalische Technologie notwendig Ja Um möglichst viel Energie freizusetzen Diese quantenphysikalische Technologie ist so speziell und hat Parameter Also was ich sagen will ist, wenn die USS Larsen noch über diese Quantentorpedos verfügt, dann wäre das eine Möglichkeit sie über eine weitere Entfernung hinweg zu erfassen Und das Problem ist jetzt? Kadassianer verwenden auch Quantentorpedos, vor allem in schweren Kreuzern Das heißt, wir würden entweder die Larsen oder schwere kadassianische Kreuzer in einer Region, wo sie nichts zu suchen haben, aufspüren Ich finde, beides ist gut Hm, wenn Sie das so sehen, dann haben wir tatsächlich kein Problem Ja, Captain, dann habe ich eine Möglichkeit gefunden, um beides zu finden Umsetzen Cool, danke Kriegt er jetzt seinen Nerdpunkt wieder? Also, du kriegst für mich, von mir kriegst du einen Nerdpunkt im Herzen, auch wenn er nicht auf dem Urteil angezeigt wird Danke Das ist übrigens alles Kanon, was ich gerade erzählt habe Exzellentes Technobabel Oh Gott, das muss ich mir alles aufschreiben Ziemlich gut, ja Ja, das ist sehr gut Das ist dann später, wenn wir eine Memory-Alpha-Version für diese Kampagne haben, wird das dann später irgendwo stehen Lieutenant Rhee sagte in Folge 1 Eine Memory-Alpha-Version gleich Memory Memory Täter oder so Also, die Informationen sind aus dem Referenz-Handbuch Star Trek Deep Space Nine, das technische Handbuch Großartig Schön Falls jemand im Chat berufen führt, für diese Runde ein Wiki anzulegen Ja Eine Art Okay Wenn wir eh schon gerade dabei sind, Dinge auszutauschen Ich würde gerne mit dem Käpt'n bei nächster Gelegenheit mal die politische Lage genau besprechen Ich bin mir selber nicht ganz klar, wie wir gerade zu den Kadassianern stehen und wie sie zu uns stehen Aber ich glaube, das verschieben wir auf die nächste Folge Also, eine Sache muss ich glaube ich korrigieren, das ist zwar nicht unglaublich wichtig, aber soweit es mir bekannt ist, es gibt zwar sehr viele Da war der Tim weg Unser medizinischer Offizier ist ausgefallen Ja, ich bin jetzt Spieleiterin Shit Oh, ich bin jetzt Metasoid Oh, ich bin jetzt Arzt Ich geh doch mal raus, was? Selbst nicht Arzt Was ist passiert, Tim? Ich versuchte da rumzuspielen und das hat nicht funktioniert Das ist ja ganz toll, danke Tim Okay, alle die Kameras aus Tim entscheidet, was wir jetzt machen Okay, jetzt Julia Ach nee, jetzt Anselm, oder? Ja, Anselm, ja Und dann Tim bleibt da Okay Jetzt Anselm Jetzt Julia Jetzt Niko Das proben wir jetzt für den Ernstfall, das ist super Ja, ich weiß nicht, ob wir diese Folge so öffentlich stehen sollen Ich glaube ehrlich gesagt, sie funktioniert sehr gut, wenn wir zwei größere Blöcke rausschneiden Ja Wir haben noch keine einzige Probe gewürfelt Untersteht dich, eure Transporter-Transporter-Unterhaltung rauszuschneiden Die möchte ich bitte in voller Langstrecken Ich denke, das ist realistisch Ich finde, wir sollten jetzt auch noch ein bisschen Content generieren Ja, ich habe auch noch ein bisschen Content für euch Ja, oh Deswegen grätsch ich jetzt mal brutal mit dem Plot Ja, dann noch Abschluss Ich mache mich natürlich daran, die Langstrecken-Sensoren entsprechend zu modifizieren Und mit diesen Parametern zu füttern Und die Käpt'n ist mit ihrem Thakalianischen T in ihrem Bereitschaftsraum und geht die neuesten Notizen und die Angaben von der Astronavigation durch Während wir in einen unbekannten Sektor zwischen den Ferengi und den Kadassianern reinfliegen Zwei unangenehme Machtblöcke, die unterschiedlicher nicht sein könnten Genau, das wollte ich gerade noch anmerken Es gibt zwar keine 1 a 100% Karte der Föderation Es gibt einfach irgendwie so fünf verschiedene, die typisch alle korrekt sein könnten Weil es einfach zu viele Informationen aus verschiedenen Ecken gibt Es gibt, glaube ich, keine gemeinsame Grenze zwischen der Kadassianischen Union und der Ferengi-Allianz Es gibt da so eine Art Korridor, der quasi nicht irgendwie belegt ist oder so Also das heißt, ihr müsst nicht jetzt direkt an so einer Grenze oder so entlang Genau, also das heißt Aber gerade ist die Situation ja bei beiden Machtgruppen auch sehr vage, weil sie neue Regierungen haben Genau, die Kadassianische Union ist aktuell noch sehr So oder so alles noch ziemlich in der Nachkriegs- und Unruhen sozusagen Und ihr werdet aber ganz konkret auch eben außerhalb Föderationsraum geschickt Eben in sozusagen unerforschten Raum Also, dass wir schön Platz haben für unsere Kampagne Cool Genau, an dieser Stelle, ihr seid ein paar Tage in Richtung Kursänderung, also Kursänderung Ihr seid Richtung den Koordinaten geflogen, die ihr von Admiral Ross bekommen habt Die Crew hat sich ein bisschen eingelebt Dr. Baker hat sich ein bisschen gemütlich gemacht auf der Krankenstation Und bevor ihr jedoch aus dem Sektor, der noch sehr föderationsmäßig eben geprägt ist und wo eben was zur Föderation gehört, raus seid Er hält der Kapitänin einen Ruf von einem Schiff in der Nähe Und zwar, wo würdest du dich, wahrscheinlich bist du gerade in deinem Ready-Room Und du bist, genau, von, von, äh, den Drücken-Offizient auch ganz anders gemacht Äh, genau, Captain, äh, die USS, äh, Alexandria, äh, ruft Und, äh, Admiral Forrester, äh, Admiral Harrison möchte gerne mit ihm, äh, möchte gerne mit ihnen sprechen Selbstverständlich Er hat mir die Namen durcheinander gebracht Admiral Harrison auf der USS Alexandria ruft Commander Variks auf der USS Hawking Äh, kein Problem, stellen Sie doch den Anruf in mein Ready-Room durch Ja, äh, es erscheint auf deinem, auf deiner Konsole an deinem Bildschirm Ähm, ein Admiral, den, wie sah der nochmal aus? Ungefähre Beschreibung Ein Seitenscheitel, ergrauendes, blondes Haar Ich glaube, ich habe den nicht genauer beschrieben damals Standard Admiral, äh, rote Uniform Vorgeschobenes Kinn, leicht zusammengezogene Augen Bisschen, genau, so ein bisschen ein grumpy Face, sagen wir es mal so Admiral, äh, genau, Admiral, ähm, Admiral ist Abzeichen, aktuell, äh, Kommando der USS Alexandria Die, ähm, ja, äh, genau, ja, also Admiral Harrison, grüß dich, ah, Commander Äh, gut, äh, ich würde gerne mit ihnen eine Angelegenheit besprechen Wäre es, äh, die Alexandria würde mit ihnen in 2,3 Stunden ein Rendezvous einhalten, wenn sie ihre Geschwindigkeit nicht erhöhen und ihren Kurs nicht ändern Ein Rendezvous, ich bin überrascht, ähm, soweit mit der Alexandria so weit draußen in den Randgebieten Ach, wir sind auf diplomatischer Mission, hier ist ja alles ein bisschen drunter und drüber seit dem Krieg und dann, dann schickt man halt mal ein Admiral, Sie wissen ja wie das ist Nein, tatsächlich nicht, zumindest nicht in diesem Leben Sir, äh, gibt es denn einen dringenden Anlass, sollte ich vorher bereits mich einlesen in etwas? Ach, nein, nein, es ist eine Crew-Angelegenheit, äh, völlig Routine, aber ich bespreche sowas lieber persönlich, wissen Sie, äh, da, es gibt manche Dinge, da sollte man lieber von Angesicht zu Angesicht sprechen Wir könnten das hier über, äh, den Sub, äh, über den Sub-Raum, Sub-Raum, Sub-Raum lösen, aber, ähm, äh, ich würde einfach gerne vorbeikommen Wir haben die Zeit aktuell auf unserer Mission, äh, noch einen kleinen Abstecher zu machen und da dachte ich, bevor sie auf ihre lange Mission, ähm, aufbrechen Geht es um Ihre Crew oder meine Crew, Admiral? Es geht um Ihre Crew, äh, Commander Nun, Admiral, meine Crew ist so abgesegnet, wie ich sie zusammengestellt habe und wird es auch so bleiben Ja, sicher, sicher, natürlich, aber ich finde, das können wir, alles Weitere können wir besprechen, wenn unsere Schiffe dann, äh, beieinander sind, das ist, das ist mir lieber Wenn Sie darauf bestehen, Admiral? Ich bestehe darauf Verstanden Sonst noch etwas? Hm? Sonst noch etwas? Äh, nein, Commander, dann sehen wir uns in ein bisschen über zwei Stunden und, äh, ich lasse Sie informieren, wenn ich bereit zum Transport bin und ich komme dann auf die Hawking Verstanden Bis später Variks out Er piept sich einfach weg Legt Ihre Sachen beiseite, stellt den Tee ab, geht raus auf die Brücke Commander Ähm, und Lieutenant Rhee? Der Kapitän? Auf ein Wort In den Ready Room Ja, der Kolben G, also ich Wir wurden aufgefordert, ein Rendezvous mit der USS Alexandria durchzuführen, unter dem Kommando von Admiral Harrison Ähm, Lieutenant Rhee, bitte beobachten Sie deren Anflug und halten Sie mich absolut auf dem Laufenden, wann Sie in Reichweite für einen Transport kommen werden Ich möchte nicht überrascht werden von schlechten Zeiteinschätzungen anderer Crews Ähm, in Ordnung, wann werden wir Sie treffen? Sie sagen in ungefähr zweieinhalb Stunden, das ist mir schon vage genug Das ist bald, äh, ja, Sir Allerdings Danke Kommander Admiral Harrison Hat eine Ich gehe dann mal Selbstverständlich, danke An Julia Admiral Harrison hat eine Vorgeschichte mit unserem medizinischen Offizier Und ich habe das Gefühl, dass sich das möglicherweise auf die Situation auch noch ausweiten würde Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass Sie Bescheid wissen und niemand Sie auf dem falschen Fuß erwischen kann in dieser Situation Haben Sie mehr Details, was das für eine Vorgeschichte ist? Nach allem, was ich aus den Daten herauslesen konnte, gab es einen Vorfall, bei dem Dr. Baker Captain Harrison damals noch seines Amtes kurzfristig enthoben hat aufgrund von medizinisch begründeter Unzurechnungsfähigkeit Und dies hat der Captain und später Admiral zum Anlass genommen, die Karriere von Dr. Baker nicht zu fördern, sondern im Gegenteil soweit zu hindern, wie es ihm möglich war Und ich habe das Gefühl, dass er es nicht begrüßen wird, dass Dr. Baker auf einer möglicherweise wichtigen Mission mit dabei ist Ich hoffe, dass Sie mich unterstützen werden in meiner Ansicht, dass bei Admiral oder nicht Admiral er keinen Sagen hat, was unsere Crew-Zusammensetzung angeht Ich habe Gerüchte gehört, dass Dr. Baker eine Vorgeschichte hat, was Ungehorsam angeht, aber mir waren die Hintergründe nicht bewusst Von daher, wenn Sie volles Vertrauen gegenüber dem Doktor haben, dann schließe ich mich Ihrem Urteil an Natürlich Danke Ich denke, wir sollten auch dem Doktor Bescheid sagen, dass er möglichst versucht, aus der Schusslinie zu bleiben Und Sie haben keine Ahnung, was der Admiral wollen könnte? Er sagte, es geht um eine Crew-Angelegenheit und es ginge um meine Crew Es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn er über jemand anderes als Dr. Baker sprechen will Ja Allerdings Vielen Dank für die Unterstützung Ich gehe raus Komm mal, da war Rickson, Dr. Baker Wolfsbahn Baker hier Alles in Ordnung, Dr. Baker Ich war nur gerade bei Essen, entschuldigen Sie Dr. Baker, in zweieinhalb Stunden ungefähr, ich werde noch genauere Daten bekommen, werden wir ein Rendezvous mit der USS Alexandria unter dem Kommando von Admiral Harrison durchführen Was für eine Überraschung? Seien Sie hiermit vorgewarnt, sorgen Sie dafür, und davon gehe ich aus, dass es ohnehin schon der Fall ist, dass Ihr Arbeitsplatz absolut jeglichen Anforderungen entsprechen wird Und versuchen Sie, möglichst aus seiner Sichtlinie zu bleiben, wenn das möglich ist Möchten Sie das keine Sachen backen, Sir? Nein, auf keinen Fall Bitte lassen Sie Ihre Sachen dort, wo Sie sind, solange Sie ordentlich weggeräumt sind Und vielleicht denken Sie darüber nach, ob Sie die Strickjacke tragen wollen Oder vielleicht auch nicht Äh, ja, Sir Ich möchte, dass Sie einen guten Eindruck machen Sollte es zu einer Begegnung kommen mit dem Admiral Sehr wohl Gut Wenn Sie noch weitere Bedenken haben, melden Sie sich ruhig Becker aus Danke Computer? Programm Becker 7 beenden Die, ähm Waldlichtungslandschaft, äh, hinter dem Schreibtisch auf der Medizinstation, äh, der Medizinstation, äh, verschwindelt hier Becker an oder aus Sofern, sofern keine, äh, weiteren Szenen gespielt werden, äh, melde ich mich ungefähr zwei Stunden später, äh, beim, äh, Captain Mhm Beziehungsweise ich Ja Würde gerne auch einige Holograph-Programme aus der Datenbank löschen Löschen Ja, aus der Datenbank, die habe ich ja noch auf meinen, ähm, ähm, deinem Hast du noch auf deinem Pad? Space USB-Sticks, genau Okay Ähm, Lieutenant Rhee an Captain Variks Das Zusammentreffen wird, äh, wir werden in ungefähr zehn Minuten, äh, Transporter-Reichweite erreichen Vielen Dank Duna geht auf die Brücke Schaut, dass auch alles sauber und ordentlich ist, sodass alle, alle ihre Uniformen vernünftig tragen, und, ähm, ja sieht alles vorbildlich aus Okay, die, ja, die, äh, die, äh, USS Alexandria kommt tatsächlich dann in Transporter, äh, Reichweite und, äh, mit den üblichen, ähm, ähm, Formalitäten wird, äh, Admiral Harrison im Transporterraum 1 transportiert, wo du wahrscheinlich auf ihn wartest Möchtest du da dich alleine? Ich denke mal Nö, mit meinem ersten Offizier Okay In dem ersten, okay Commander Rodriguez und du, genau Ihr seid im Transporterraum, alle anderen an ihren Stationen Die, ähm, Harrison, äh, kommt allein auf die, äh, Station Ähm, ja Wird, äh, mit, äh, äh, Transporter, äh, Operateur reingebeamt und kommt dann direkt auf dich zu und, äh, schüttelt dir ziemlich, äh, hast, äh, hastig und schnell und kräftig die Hand Und dann auch, äh, Commander Rodriguez, äh, Commander, Commander, äh, die, ähm, so, gut, wo können wir reden? Willkommen an Bord der Hawking Admiral Harrison, wir können in meinen Bereitschaftsraum gehen Ja, gut, dann geht ihr gemeinsam, äh, Richtung Bereitschaftsraum und, ähm, findet euch da ein, äh, er läuft einfach direkt zum Replikator, äh, Kaffee mit Milch Duna Variks beherrscht ihre Mime gerade eben noch in letzter Sekunde Zuck Und, ähm, nimmt sich dann seinen, äh, seinen Kaffee und, äh, setzt sich auf dein, deine kleine Sitzgruppe, die du wahrscheinlich da hast Ja, meine kleine, geschmackvolle, graue Sitzgruppe Dann setze ich mich in meinen Stuhl Und nicke auch, dass ich, äh, Commander Rodriguez gerne setzen darf, wenn er möchte Würde stehen bleiben Also Admiral, worum geht es denn? Gut, äh, äh, Captain, ähm, nur, das ist eigentlich keine Angelegenheit, zu der der erste Offizier besonders benötigt wird Aber gerne kann, äh, Commander Rodriguez auch ihre Besprechung beiwohnen, wenn sie es möchten Im Sinne einer effektiven Befehlskette ziehe ich es vor, wenn Commander Rodriguez über alles Bescheid weiß, was ich weiß Na gut, ja, das kann ich, kann ich verstehen Äh, ja, Captain, ähm, er trinkt erstmal, äh, in seinem Kaffee Äh, es geht um, äh, ihren, äh, Chefarzt Dr. Baker Mir ist, äh, zu Ohren gekommen im Rahmen meiner, äh, Tätigkeit als Dr. Bakers früherem, äh, Kommando-Offizier auf der USS Forrester Dass, äh, sie ihn angefragt haben für diese Mission, ist das richtig? Das ist vollkommen korrekt, Admiral Und, äh, gibt es einen besonderen Grund, weshalb Sie Dr. Baker für diese Mission ausgewählt haben? Äh, äh, ist das eine Spezialgebiet, was sie für eine, äh, äh, er hat, äh, ein, äh, Pad dabei Und er guckt jetzt mal so total lässig nebenbei auf dieses Pad für eine, äh, nicht weiter, naja, hm, naja, für diese besondere Forschungsmission, äh, außerhalb der Föderation benötigt wird Zunächst hatte ich eine relativ kleine Auswahl an medizinischen Offizieren, auf die ich zurückgreifen konnte im Rahmen der Zeit und der Reichweite des Schiffes Und zudem ist Dr. Baker durchaus spezialisiert auf Exobiologie und auf seltene Krankheiten Und angesichts der Tatsache, dass wir in einen unbekannten Sektor des Raums aufbrechen werden, dachte ich, dass ein Spezialist für genau diese Bereiche durchaus Sinn machen kann Sie wissen ja, was alles einem zustoßen kann dort draußen Seltene Krankheiten, plötzliche Schwangerschaften Er schmunzelt tatsächlich kurz, äh, fängt sich dann aber sofort wieder Nun ja, Käpt'n, äh, es finden Sie nicht auch, es gibt da so ein altes Sprichwort Mit Kanonen auf Spatzen schießen, glaube ich Meinen Sie nicht, dass ein Arzt von Dr. Bakers Erfahrung und, äh, Spezialisierungen, gerade im Bereich viraler Infektionskrankheiten Nicht ein wenig überqualifiziert ist für diese Mission, soweit ich weiß, er schaut wieder so mit einem Auge auf sein Pad Äh, handelt es sich eben nicht um eine medizinische Mission Ich habe mit William, äh, Verzeihung, Admiral Ross natürlich kurz über diese Mission gesprochen Und, ähm, es scheint mir nicht, dass er ein besonders qualifizierter medizinischer Offizier besonders von Nöten wäre Ich habe mit William durchaus auch gesprochen und er hat meiner Wahl des Offiziers zugestimmt Er hatte keine Einsprüche Augenbrauen gehen hoch Ich würde hier, hiermit gerne, ähm, beanspruchen Mein Vorteil als, als Trill, der einen Symbiont hat Dass der letzte Wirt meines Symbionten mit Ross schon Bekanntschaft hatte Bekanntschaft? Wer war's? Okay, ich mach mir eine Nutzung Und, äh, dass ich quasi eine spezielle, ähm, also für den Rest sozusagen dieser Szene, ähm, besser bin, was, äh, verhandeln in Sternflotten Sachen angeht Also man muss ja sagen, welche, welche Fähigkeiten man da ein bisschen pushen will Okay, das heißt, Duna Variks hat, äh, äh, früherer, einen Symbionten, äh, ein früherer Host von Variks hatte bereits Bekanntschaft mit William Ross Mhm Und ist deswegen quasi auch per Du mit ihm Oh, da zumindest kann ich das versuchen, aktiv vorzutäuschen, dass das so ist, dass wir per Du sind Okay Und, ähm, du möchtest quasi, äh, deine Fähigkeit, dass du ein, äh, ein gebondeter Symbiont bist Gibt dir die Möglichkeit hier quasi ein, ist das ein Trait, den du für die Szene festlegen möchtest? Ähm, warte, ich schau mir grad kurz noch mal die genaue Beschreibung an Also ich hab ein Ja, das ist tatsächlich auch gleich eine Möglichkeit, wo es mal ans Würfeln ginge, nach fast zwei Stunden Spielzeit Ich kriege einen Fokus für den, äh, für den Rest der Szene Das heißt, ich möchte den Fokus haben, halt, äh, Sternflotten, ähm, Politik Sternflotten, Vitamin B Sternflotten, Vitamin B, ja Okay Und, ähm, das heißt, Moment Ich muss selber hier auf meine, äh, Notizen einmal kurz schauen Ah, genau, du kannst, äh, für eure Gruppe, ähm, kannst du dir auch jetzt gerne mal eintragen, dass ihr als Gruppe aktuell, äh, acht Momentum habt Acht? Ja Zwei pro Person, also zwei pro Spieler Raus damit Sekunde, die muss ich, ich hab, ich hab zu wenig Blips angelegt Weil Soweit ich das weiß, korrigier mich, wenn das nicht stimmt, aber ich dachte, es gibt zwei pro, ähm Ich hab nur vier Gut, dann Warte, ich, äh, ich kopier die nochmal, oder so Wir können auch mit vier anfangen, ich glaub, acht brauchst du eh nicht, aber gut Ähm Oder war das, ne, das war Thread, ich krieg zwei Thread pro Person, das heißt, ich hätte acht Thread, aber ich glaub, dann habt ihr auch acht Das klingt gefährlich Wie viel, wie viel Romulanische Schlachtschiffe, äh, enttarnen sich Wie viele Romulanische Schlachtschiffe kann man damit, äh Ich dachte, das Momentum sollte in den schwarzen Bereich davor Und ich hab den Schreifen dahinter Jetzt lass mich doch mal machen Das, ach so, ja, ich dachte auch, dass du vor dem Momentum eine Zahl einfügst, ich wusste nicht, dass du das mit, mit Pöppeln machst Ah, ich hab dich extra gefragt, kannst du mir Pöppel geben, damit ich das Momentum markieren kann Ich hab nicht geschaltet, als du das gefragt hast, sorry Ja, ich kann da natürlich auch ne Zahl reinschreiben, so ist es nicht Ich mag die, ich mag die, wir können die doch unter Julia setzen gerade Mhm, Entschuldigung, das sag ich vorhin nicht Ich dachte, das sind Nerdpunkte Ein paar davon sind möglicherweise gerade Nerdpunkte Je nachdem, wo sie platziert sind, erfüllen sie unterschiedliche Zwecke Entweder Rang oder Spielleiterrang oder Momentum oder Nerdpunkte Sind die Marker dieses Spiels nicht gut lesbar? Sehen wir vor, bei Twilight Imperium würden alle Marker gleich aussehen Ach, Twilight Imperium Meine bösen Machtpunkte sind das Bin gleich soweit Ich sehe gerade in den internen Dokumenten der USS Hawking, dass Commander Rodriguez einen Horgan besitzt in seinem Quartier Ja, der wurde mir offenbar von irgendeinem anderen Crewmitglied da reingestellt Ein Andenken an Riser Oh Gott, das sind diese Ja Holz Ja Okay Meiri muss das nicht googeln Meiri kriegt den Nerdpunkt Ich Ja So Acht Momentum Ja Wie gesagt Es war mein Stand, dass man zu Beginn dieses Momentum hat Ja, man kann sich das auch erarbeiten Vielleicht habt ihr auch noch gar keins Vielleicht ist das mit dem 8 Thread Ich habe verwechselt das gerade Wenn du bestimmst, dass es so ist, ist es so Das habt ihr euch jetzt schon erarbeitet, weil ihr schon anderthalb Wochen unterwegs seid und nichts bezahlt Genau, durch den Aufstellen des Holodeck Plans Das ist Session Zero Also ich glaube auch, dass es die Person im Chat geschrieben hat, glaube ich auch, dass es stimmt, dass man das Momentum sich erst erarbeiten muss Deswegen kann es sein, dass es mit dem 8 jetzt gerade noch nicht stimmt, aber das ist egal, das stimmt jetzt, das habt ihr euch jetzt schon erarbeitet Auf jeden Fall kannst du dir Falk Schmutzler mal merken, um danach einen Redshirt zu benennen, finde ich Ein hilfreiches Redshirt Falk Schmutzler als Redshirt-Name wird notiert Ich dachte auch, Momentum erarbeitet man sich, aber ich lasse mich gerne eines Besseren geleren Ja, ich glaube auch, dass ihr recht habt, ich glaube das Momentum, also das erarbeitet ihr euch normalerweise, wenn ihr quasi Erfolge übrig habt und ihr habt ja noch gar nichts gewürfelt Ja, ich müsste jetzt als Erster arbeiten Na dann Lass uns mehr würfeln, wir wollen eine Folge Ich habe übrigens gerade berechnet, bei einer Cruise-Stärke von 80 hat jeder tatsächlich 2,1 Stunden Holodeck-Zeit Und wenn man das Komma 1, also in der Woche, wenn man das Komma 1 jetzt nutzt, für diverse Sonderbedarfe Ja, das habe ich doch eben auch schon so ausgerechnet Glaubst du, ich habe mir das ausgedacht? Oder geschätzt? Bei dir würde ich das niemals Ich habe es geschätzt, ja War gut Okay, ja, ich weiß, meine Augen verschwinden, wenn ich rüber auf den anderen Bildschirm gucke Ich versuche möglichst gerade auszuschauen Okay, dann an dieser Stelle hat Duna Variks jetzt einen Fokus bekommen und den Fokus kannst du einsetzen Beziehungsweise Damit kriege ich mehr Erfolge, wenn ich gut würfle Du kannst mich einsetzen, du hast quasi eine höhere Chance, einen kritischen Erfolg zu würfeln Gut, dann, genau, an dieser Stelle, du hast quasi gegen seinen Vitamin B mit Admiral Ross, hast du dein Vitamin B mit Admiral Ross gehalten Das heißt das Mit William Mit William Will Will wahrscheinlich, oder? Billy Oh nein, es wird immer schlimmer Okay Billy Baby Oh Gott, lass ihn das bloß nicht hören, dann bist du auch Okay Das heißt, soll ich mal gegen ihn würfeln? Ja, du sollst mal gegen ihn würfeln Mit was? Dann würde ich sagen, das wäre bei dir tatsächlich Deine Kenntnis von Admiral Schnupsi Ross Das ist leider keine vorhandene Disziplin und auch kein Attribut Ich würde sagen, das ist definitiv ein Command und Presence Presence Oder in jedem Fall Ja, so ein bisschen Daring, was du da gemacht hast, aber ich würde sagen, Presence einfach Wie überzeugend kannst du ihm gegenüber das da machen? Das heißt, ich muss unter 15 würfeln Okay Okay Und wenn du Unter 15 würfeln und wenn du es schaffst, mit einem Würfel Unter 5 zu kommen, sind es 2 Erfolge Unter 5 zu kommen, dann gilt das als 2 Erfolge Weil wegen dem Fokus, den du da hast Eine L von 6, also 2 Erfolge, aber Okay, ja, also er hat jetzt nicht dagegen gewürfelt, ich müsste jetzt eigentlich einen Contested Rank haben, aber das ist einfach nur um zu sehen, wie überzeugend du in der Szene bist Und ja, also er zeigt sich definitiv beeindruckt, du könntest dir jetzt einen von diesen Momentum, also einen von diesen Erfolgen als Momentum aufschreiben, aber wir haben eh schon 8 aufgeschrieben Ich habe es wieder auf 0 runtergesetzt Ah, hast du, okay, dann darfst du es Wir wollen ein Momentum Gut, dann benutze ich den einen Erfolg eben, um ihn zu beeindrucken und den anderen speichere ich als Momentum Ja, genau Sehr wohl Dieser Fond ist ja mal kacke Ist aber schön in Carry, ich kann dir die richtige sogar noch schicken, wenn das was hilft So Wie ich dafür das Interface benutzt habe Das können wir dann nochmal Okay, ja, also Apiral Harrison zeigt sich tatsächlich ein bisschen, seine Augenbrauen gehen hoch, als du auch über, über, über Ross so quasi sprichst Und er fängt sich wieder ein bisschen ein, schmunzelt tatsächlich ein bisschen und scheint ein ganz kleines bisschen so ein bisschen zu entspannen Und zu sagen, ja, äh, ich sehe, lassen sie mich raten, ein früherer Host von, wie war das, Variks? Tatsächlich hat der Semiontenanteil von mir schon länger Erfahrung mit Admiral Ross oder William, ja Ja, na gut, das ist, wie gesagt, wir haben tatsächlich die, wir haben das, dann können wir ganz offen sprechen, er schielt kurz rüber zu Rodriguez, aber du hast ja gesagt, dass er alles mitkriegen soll Ja, die, die Dringlichkeit ihrer Mission ist mir natürlich bewusst geworden Ich wollte lediglich mich dafür einsetzen, dass Dr. Baker Es gibt tatsächlich für Dr. Baker einen, äh, eine Position, die kürzlich geöffnet wurde auf der Erde im medizinischen Chor der Sternenflotte Eine, ähm, eine Lehrposition, eine Lehr- und Forschungsposition, ähm, die, äh, für Dr. Baker unglaublich gut geeignet wäre Und, äh, als sein früherer Kommando-Offizier sehe ich mich in der Pflicht, ihm vorzuschlagen, im Sinne seiner Karriere, äh, ihm diesen Weg, äh, zu eröffnen Und, äh, naja, wenn er jetzt Monate oder vielleicht sogar über ein Jahr auf dieser Mission vor sich hin dümpelt, äh, Kommando, nehmen Sie es mir nicht übel, aber er könnte sein Wissen auch weitergeben an die nächste Generation, die wir ja gerade so dringend brauchen Ich bin nur überrascht, Admiral, dass Sie sich so viel Zeit nehmen, um diese eine kleine Sache zu regeln Ach, äh Ihre Sorge für das Wohlbefinden und die Karriere von Dr. Baker bemerkenswert Äh, selbstverständlich, Dr. Baker ist ein fähiger Mediziner, ich sehe nicht, warum ich mich nicht für ihn einsetzen sollte Sehe ich genauso Aber, es ist sicherlich auch eine Entscheidung von Dr. Baker, ob er lieber an einer Mission teilnehmen oder unterrichten will, richtig? Oder ist es ein Befehl, an ihn zur Erde zurückzukehren? Äh, nun, nein, nein, wir, äh, das ist das natürlich nicht, es geht hier strikt um die Persönlichkeitsentfaltung, äh, von jedem Individuum in der Sternenplotte Äh, äh, lächelt besonders gewinnend Ist das Angebot an Dr. Baker denn zeitlich begrenzt? Nun, äh, wie gesagt, die Entscheidung sollte natürlich fallen, bevor sie auf ihre Mission entschwinden Also ist es damit zeitlich begrenzt? Ja, äh, an diesem Punkt, äh, kriegt, äh, gibt es einen Ruf an, von dem, äh, Moment, wie haben wir die Person genannt? Lieutenant Diaz, äh, ja, der zweite Offizier ist Lieutenant Diaz Genau, von der, äh, Brücke an, äh, Commander Rodriguez Äh, Commander, wir haben eine, ähm, wir haben eine, äh, Anfrage für einen weiteren Transport von der USS Alexandria erhalten Ein Inspektionsteam steht bereit, äh, um eine Routineinspektion der USS Hawking vorzunehmen Äh, in dem Moment winkt auch, äh, Harrison schon, schon ab und sagt, ja, ja, das ist Routine, äh, können Sie ruhig durchgehen lassen Oh, Routine, seit wann? Ach, wissen Sie, wenn ein Raumschiff wie Iris auf so eine, äh, entlegene Mission, äh, abgesandt wird, sehe ich mich in der Pflicht, äh, vorher nochmal sicher zu gehen, dass auch alle ihre Systeme ordnungsgemäß funktionieren Also, Duna Variks hat ihr, hat tatsächlich als einen ihrer Foki, äh, recht, weil sie schon mal Verträge ausgehandelt hat Und sie versucht sich jetzt ganz scharf zu erinnern, ob das in den Regularien der Sternenflotte steht Oder ob sie gerade einfach nur quasi geschasst wird Äh, ja, also die, ähm, mit deinem Hintergrundwissen, was die Regularien der Sternenflotte angeht, weißt du, dass das einerseits ein bisschen unnötig ist Also, das schätzt du so ein, du schätzt es unnötig ein, weil du weißt, dass das Schiff ja von Deep Space Nine als, ähm, als breit, äh, in den Dienst entlassen wurde Also, es gibt eigentlich keinen Grund, warum irgendwas mit dem Schiff nicht stimmen sollte Das ist ja auch eine gewisse Frage der, der, der Technik und so weiter Und da bist du ja im Bilde, dass alles eigentlich läuft Aber es gibt tatsächlich, ähm, du weißt auch, dass Admiräle gerne mal die Machtkarte spielen lassen Besonders, wenn, wenn sie eben auch auf Schiffen unterwegs sind, was ja nicht ganz so oft der Fall ist Dass, äh, die Erfahrung tatsächlich dich auch gelehrt hat, dass es nicht das erste Mal ist, dass es passiert Dass Inspektionen von höherrangigen Offizieren angeordnet werden Auch gerne mal aus dem Nichts, auch gerne bei unerfahreneren Kapitänen oder Kommando-Offizieren Ähm, es ist tatsächlich, also du weißt, dass das auch bei anderen Freunden oder bekannten, befreundeten Offizieren auch schon vorgekommen ist Dass da gerne mal ein Käpt'n nochmal über eine Schulter schaut oder so Also, es ist nicht total unbekannt Wo wir schon dabei waren, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen Das Schiff ist vor wenigen Tagen erst von Deep Space Nine für den Einsatz freigegeben worden Die Crew ist neu Aber wenn sie die Zeit unbedingt verwenden wollen und ihre Crew, um meine zu überprüfen Wie gesagt, äh, wir gehen lieber auf Nummer sicher in diesen, äh, noch etwas unsicheren Zeiten Käpt'n, das verstehen sie sicher Ja, soll ich das freigeben, Käpt'n? Ja Kommando, bitte geben sie das an die Crew weiter Ja, ist genehmigt Okay, ähm, genau, in, äh, während ihr da noch im, 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 im Bereitschaftsraum sitzt Wird tatsächlich ein Team von, äh, drei, äh, Besatzungsmitgliedern der USS Alexandria, ähm, an, äh, auf einen Transporterraum, äh, kommen Und wird sich als erstes auf die Brücke begeben Die, ähm, die, ähm, Moment, ich brauche, ich, dann mache ich eben noch meinen, meinen Durchsager Wir brauchen einen Namen gerne aus dem Chat, wenn noch jemand einen Wir hatten doch eben einen Falk Schmutzler Äh, achso, ich brauche eigentlich eine Frau in dem Fall tatsächlich Ah, okay Frau, leider Mangelware Leider Frauen im Chat Tia ist da Ist da noch jemand, der einen Frauennamen für uns hat? Du kannst dich für jeden Charakter Tia als Namen folgen Ich weiß, das habe ich doch auch schon gesagt Wir können doch einfach irgendeinen random Name Generator, ich habe hier einen tollen Namensgenerator Falka ein Name Falka? Falka Schmutzler Wo sind die Frauen? Ja, wo sind die Frauen? Wilhelmina Armstrong Warum nicht? Der Name hat oft bei einem Revival gemacht in den letzten 400 Jahren Anke Barbara Barbara Anke Anke Schmutzler Anke Schmutzler Barbara Armstrong Wir haben nicht genug Deutsche in der Sternenplotte, ich finde das völlig legitim Ja Wir verwenden einen Basti nicht Dörte Kommander Variks an alle Es wird ein Inspektionsteam der USS Alexandria an Bord gebeamt Bitte arbeiten Sie selbstverständlich mit den Kollegen zusammen Um die Inspektion möglichst schnell und reibungslos ablaufen zu lassen Danke Variks Ende Also wenn niemand was dagegen hat, heißt dieser Charakter jetzt Anke Schmutzler Ja Anke Schmutzler ist gut Ich bin mir nicht sicher, ob Nico in Charakter schlecht gelaunt schaut Ich schaue in Charakter schlecht gelaunt Okay, das Inspektion Ja, ich würde mich gerne anbieten, das Inspektionsteam aus dem Transporterraum abzuholen Das wollte ich auch gerade sagen Können wir das beide machen? Dann gehen Sie doch gemeinsam, die Herren Ich bin auf der Brücke Ich bin auf den Finger schauen, das sage ich dir nicht, aber Ja Okay, das heißt, ihr holt das Team ab Ja Und ich will vor allem darauf achten, ob sie irgendwelche Überwachungsgeräte hier installieren oder sowas in der Art Meine kurze Nachfrage Ich bin jetzt seit ungefähr drei Stunden auf diesem Schiff, oder? Mhm Nee, seit ein paar Tagen, also vielleicht zwei Tage oder so höchstens Ja, wir warten auf den Transport Okay, ja, also ihr trefft die im Transporterraum Und als erstes, genau, es ist ein Team aus zwei Ops-Mitarbeitern in Gelb Und die haben auch keinerlei besonderes Equipment dabei Also die sind einfach nur da Einer von den beiden hat ein Pad dabei Und eine in Rot gekleidete Lieutenant Schmutzler, stellt sie sich vor Eine relativ kleine Person mit hochgesteckten blonden Haaren Die schüttelt euch die Hand Und ja, gut Ich würde am liebsten Commander Sie guckt so zu Commander Rodriguez hoch Commander, am besten können wir direkt auf der Brücke anfangen Und Commander, nein, Lieutenant Rhee Zu ihnen kommen wir dann später Aha Na gut, dann folgen sie mir Ja, sie marschiert neben dir raus Und macht ein bisschen Smalltalk Sie wirkt eigentlich auch ganz entspannt Also sagt auch Ja, es handelt sich hier um eine reine Routineinspektion Commander, also Ich stelle mir das Schiff so klein vor, dass wir aus dem Transporterraum rausgehen Drei Meter über den Flur und in die Brücke Wer braucht schon einen Turbogüftel? Ihm Ich weiß, dass einer von euch hat, glaube ich, einen Blueprint offen Oder irgendwas ansehen, was du vorhin auf welchem Deck alles ist Ich habe das, ich habe nicht gefunden Ich bin auf Deck 4 Was ist auf Deck 4? Medizinische Station Ja, ich weiß nicht, wo der Transporterraum ist Ich weiß auch nicht, ob es mehr als einen gibt Ich würde mal schätzen, dass es vermutlich nur einen gibt Wahrscheinlich Ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass es Transporterraum 1 ist Okay, ja, dann marschiert ihr mit dem Team auf die Brücke Äh, das wird jetzt so ablaufen, dass die Lieutenant Schmutzler Wird jetzt tatsächlich einfach mal komplett die Runde machen auf der Brücke Schaut sich alles an Der eine Mitarbeiter mit dem Pad macht sich die ganze Zeit Notizen Und redet manchmal in leiser Stimme mit dem anderen Ops-Mitarbeiter Crewmitglied Crewmitglied, nicht Mitarbeiter Mit dem anderen Ops-Crewmitglied Und, ähm, tauschen sich aus Äh, es wirkt aber jetzt nicht besonders Bedrohlich auf dich im ersten Moment Also die haben keine Geräte Es gibt keine komischen Blicke Die, äh, Lieutenant macht ein bisschen Smalltalk mit, äh, mit Commander Rodriguez Oder versucht es zumindest, je nachdem wie sehr er da drauf eingeht Und, ähm, versucht quasi sich freundlich ins Gespräch zu verwickeln So, wie lange, äh, sind sie jetzt schon unterwegs Und wo waren sie denn vorher Und wirklich so ein bisschen Starfleet Smalltalk Also die sind entweder sehr gut darin Sich zu verstellen Oder sie haben auch nur die Ansage gekriegt Machen sie mal eine Routineinspektion Ja, ja, wirkt das so, als würden die überhaupt gezielt irgendwas machen Oder schienen die jetzt nur Zeit, damit sie eben ihre Macht demonstrieren konnten? Sie, äh, sie prüfen tatsächlich die Systeme Also sie gehen tatsächlich zum Beispiel zu der Ops-Station Stellen ein paar routinemäßige Fragen Sie gehen zur Wissenschaftsstation Und lassen sich von Lieutenant Rhee kurz erklären, was er da an der Wissenschaftsstation macht Machen sie schon etwas dazu Ähm, alle Systeme funktionieren innerhalb normaler Parameter Äh, sehr gut, sehr gut Die, ähm, der, äh, Commander Rodriguez Könnte mir jetzt bitte mal ein, äh, Task würfeln für quasi die Brücke Was muss ich tun? Dazu, ähm, Moment Rodriguez, so Dazu gehen wir mal auf Command und Control Um einfach, äh, zu würfeln Um zu schauen, wie gut du die Situation unter Kontrolle hast Auf der Brücke, was da gerade passiert Okay, also erklärst du müssen mal Ich hab Command 5 und Control 9 Was würfel ich? Das heißt, du müsstest mit 2 W 20 würfeln Und entweder mit 14 oder weniger würfeln 14 oder weniger mit 2 W 20 Hast du irgendeinen Fokus, der in dieser Situation zutrifft? Sieht für mich jetzt erstmal nicht so aus Es sei denn was an der Protektionierung Warum? Also was, was, was genau möchte ich denn überhaupt erreichen gerade? Also es geht darum, die, äh, stell dir vor, die, die beiden, äh, die, die Inspektoren sozusagen, die wirken zwar nicht besonders paranoid oder einschüchternd aber, äh, es wird quasi in jedes System einmal reingeschaut Es wird quasi geguckt, läuft Ja, ja Und du möchtest quasi, ähm, du Ich möchte einfach sehen, wie, wie gut hat der erste Offizier sein Schiff im Griff Also wie gut weißt du Bescheid, ob die Systeme wirklich alle so gut laufen Okay Äh, in der letzten Woche zum Beispiel Hast du dich damit beschäftigt oder nicht Also wäre jetzt der Check quasi Und, ähm, wie gut kannst du das auch rüberbringen eben, dass du die Rolle auf der Brücke hast und dass du die Systeme im Griff hast Wahrscheinlich gar nicht gut, weil ich eigentlich nur darauf achte ob sie irgendwas anfassen, was sie nicht anfassen dürfen oder irgendwo ein Device verstecken, das da nicht hingehört Ich bin da ein bisschen, da ein bisschen Panik, dass die uns ausspionieren wollen Das ist, das ist tatsächlich eine Ansage Ich würde, aber ich, ich, ich meine, ich würde das eh nicht schaffen Äh, mit zwei, 20, 14 oder weniger, das ist schon Jeder Würfel muss, nur jeder Würfel einzeln muss unter 14 kommen Ach so Genau, die, jeder Würfel, der drunter ist, ist ein Erfolg Okay, ich dachte jetzt, die Summe muss unter 14 sein, weil das wäre ja... Ich möchte dir aber was anbieten an dieser Stelle. Und zwar, du hast... Das ist kein Value. Ja, okay, nee, das ist nicht dein Value, dann kann ich das nicht wirklich einsetzen an dieser Stelle. Aber hast du ein Talent, was dir irgendwie helfen könnte in dieser Situation? Du hast zum Beispiel das Talent, dass du besonders aufmerksam bist oder dass du mutig... Ich habe ein Talent, das mich als sehr aufmerksam ausweist, ja. Genau, und du bist... du hast Bold als Talent. Das heißt, du kannst... du bist bei Kommando Checks... Bist du... Moment, Bold, genau. Du bist im Kommando besonders mutig und du kannst dir... Du kannst mir quasi Bedrohung geben, um dir einen extra Würfel... Wenn ich mit drei Würfeln würfeln darf, oder? ...ausgeben, um einen Würfel dazu zu kaufen, grundsätzlich. Und du kannst dir auch noch... Du kannst, wenn du das machst, kannst du einen Würfel auch nochmal würfeln. Okay, also wenn ich dir einen Bedrohung gebe, dann... Wenn ich dir einen Würfel gebe, dann darf ich drei Würfel würfeln und einen nochmal. Wir müssen das nicht machen, wenn das jetzt zu weit geht. Ich kann auch einfach... Okay, ein bisschen over the top. Das Talent ist ein bisschen extrem für die Situation. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ich mache einfach eine Probe. Ich hätte dir jetzt eine Komplikation geben können, weil du so ein Problem bist, aber dein Value reflektiert das nicht wirklich. Ich habe eh zwei Erfolge, also ich bin zweimal unter 14 gekommen. Okay, dann ist ja gut. Dann... Bist du auch unter 5 gekommen? Nein. Beziehungsweise, ja, das mit dem unter 5 kommen, das zählt quasi nur, wenn er einen Fokus hat, der in der Situation... Ah, okay. Ist ein bisschen doof, aber ja. Und das... Okay. Dann könnt ihr euch ein weiteres Momentum notieren, weil er zwei Erfolge bekommen hat und nur einen brauchte. Wie viel... Also sind wir jetzt bei zwei Momentum. Jawohl. Genau, also, Kommander Rodriguez, wie handelst du denn die Situation? Bist du da besonders kontrolliert und perfekt oder bist du eher so charmant mit, um denen klarzumachen, dass du das Kommando hast? Ich bin überhaupt nicht charmant, weil die von Anfang an mich genervt haben. Ehrlich gesagt, ich werde relativ wortlos hinter ihnen herlaufen und einfach nur darauf achten, was sie da tun. Und dabei wahrscheinlich ungewollt eine Autorität ausstrahlen, die ich gar nicht habe. Okay, ja, das macht tatsächlich einen Eindruck. Also, Lieutenant Schmutzler hört tatsächlich irgendwann nach auf, zu versuchen, mit dir Smalltalk zu betreiben und beschränkt sich auf das Wesentliche. Wird dann auch ein bisschen kühler in ihren Antworten. Aber, ja, gibt nach kurzer Inspektion bekannt, dass alles in Ordnung ist. Ja, Kommander, das sieht mir ganz gut aus. Sie haben ja ein ganz ordentliches Schiff hier. Äh, Lieutenant, wollen wir vielleicht direkt in den Laboren weitermachen? Das war keine Frage, Lieutenant, äh, lassen Sie uns zu den Laboren gehen. Ja. Ja, ich schaue den Kommander an. Ja, natürlich. Gut, ja, dann natürlich. Wie auch immer das Protokoll des Will. Ich folge ihn weiter. Währenddessen wird, ähm, Admiral, äh, Harrison mit dir, äh, Commander Variks, äh, tatsächlich auch einfach ein bisschen auf Smalltalk umschalten. Also, die, ähm, er wird weiterhin über, zum Beispiel, verschiedene Missionen, die sie erlebt haben, immer mal sprechen, oder dich auf bestimmte Karriere-Events, die du hattest, ansprechen. Also, so ein bisschen da versuchen, das, äh, Eis zu tauen, sozusagen, ähm, ja, also, während wir hier die Inspektion machen, sozusagen. Ja, Dona bleibt, äh, höflich, aber, äh, kühl, glatt dabei. Mhm. Gut, dann, äh, ja, ist im, im Wissenschafts, äh, es gibt quasi verschiedene Labore auf einem Deck, sozusagen, die dir zur Verfügung stehen, für die verschiedenen, die verschiedenen Crews eingeteilt sind, äh, Lieutenant Wee, ähm, kann dem Inspektionsteam da quasi eine kleine Führung geben, durch die verschiedenen Bereiche, ähm, und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, möchtest du das ein bisschen erklären, oder wie gehst du an die? Ja, ähm, ich, äh, führe sie durch die, durch die Labore, spule ein, einigermaßen gelangweilt, einen Standardtext, äh, herunter. Was für die Labore die haben, womit die sich beschäftigen, ich versuche es gerade, äh, auch selbst rauszufinden, aber Main Engineering, Main Bridge, naja, aber wir, wir haben ja Labore, aber sie sind natürlich nicht sonderlich groß, ähm, unser Team ist ja auch nicht sonderlich groß, erfüllt einen gewissen Zweck, ähm, ich spule einfach alles an Informations runter, was man sich im Grunde genommen auch im Standardhandbuch durchlesen kann. Mhm. Denn wir haben ja noch nicht angefangen, und ich erwähne jetzt die Modifikationen, ähm, der Langstrecken-Sensoren nicht. Okay, ähm, dann, äh, ohne Momento, dann, weiß ich, Charakterbögen, dann gebe ich jetzt einfach mal, wenn du das nicht erwähnst, dann gebe ich mal, äh, Lieutenant Schmutzler einen Routine-Check, ob sie das irgendwie bemerkt, oder ob sie darauf achtet, ähm, ob es irgendwelche Modifikationen gegeben hat. Ähm, ähm, ja, äh, der Lieutenant, äh, während du gerade über so ein Thema so rüberweg, äh, streichst quasi, lehnt sich nochmal so vor allem einen Moment, äh, Lieutenant, äh, ich sehe hier, äh, Verdoppelung der Sensoren-Reichweite, besonderer Fokus auf, Sie schaut mal besonders dann die Liste an der, ähm, Modifikatoren. Steht da irgendwas von den Torpedos, oder hast du das nach, ähm, Materialien irgendwie gelistet? Das ist vermutlich eine Komplexität, die dann nur Spezialisten, und ich habe ja einen entsprechenden Fokus, ähm, auch auf Anhieb verstehen können. Mhm. Okay, dann, ähm, möchtest du ihr das, möchtest du erklären, äh, ja, wie, äh, das sieht aber nicht aus, als wären das die, äh, Regularien des, der normalen Schiffssensoren. Gab's da eine, ähm, Fehlfunktion? Hm, nein, keine Fehlfunktion. Es ist so, dass wir uns natürlich in einen, äh, dass wir uns natürlich in, ähm, eine lange Mission begeben werden, ähm, wir wollen möglichst früh wissen, was um uns herum passiert. Das heißt, wir haben die, äh, Reichweite der Langstreckensensoren erhöht, zumindest am Anfang der Mission. Ja, aber, ähm, sollte, ich denke, sollte eigentlich keine Erwähnung im Bericht wert sein, außer sie haben Interesse daran, dann könnte ich das entsprechend ausführen, wenn wir zurückkommen. Okay, ähm. Schönenkommander? Würde ich sagen, würfel doch mal bei dir auf Science und Reason, weil du ihr quasi logisch erklären möchtest, dass das total, total logisch gerechtfertigt ist, äh, auch hier, äh, ein Erfolg, äh, reicht. Das kann ich. Das ist meine beste Kombination, danke. Mit 15. Äh, eine 6 und eine 2. Okay, dann, ähm, ja, auch, auch hier hast du dann ein Momentum noch übrig von deinem Wurf, von deinem einen Erfolg, den du brauchtest. Und, äh, sie nimmt wieder einen Schritt zurück, äh, von dem Pult und nickt dir einigermaßen zufriedengestellt zu, so, okay, ähm, in ihrem Kopf kam das quasi an und das, das als, als, als Betasoid, äh, würdest du das auch merken, wie sie, ähm, emotional, gedanklich darauf reagiert, auf deine Erklärung? Also, geh ich mal davon aus, wie ist das so? Hörst du immer automatisch in Gedanken von Leuten rein oder hältst du dich rein? Ich kann, ähm, ich, die Ober-, ich, es kommt ein bisschen drauf an, also, wenn Massen an Leuten um mich rum sind, dann kann ich das schlecht fokussieren, aber ich kann es auch nicht abstellen. Das heißt, wenn ich jetzt Face-to-Face mit einer Person Umgang habe, dann ist es schon so, dass ich da Schwimmungen verspüre und da ich sowohl Empath wie Telepart, also, das volle Betasoiden-Programm habe, äh, kriege ich also sowohl die oberflächlichen Gedanken wie auch die oberflächlichen Emotionen mit. Also, merke ich wahrscheinlich auch, dass hinter mir, ähm, Commander Rodriguez die ganze Zeit angepisst ist. Ja, also, äh, ist, ist Commander Rodriguez mitgegangen in die Forschungsstation, oder? Ja, bis hinterher gestiefelt, ja. Okay, dann, ja, dann, 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 dann definitiv ist auch ein bisschen ablenkend, ein bisschen nervend, weil es gerade nicht so zielführend ist, dass von ihm die ganze Zeit so eine Welle an, äh, du spürst tatsächlich Genervtheit, aber auch darunter ein Definitive, was du als Angst interpretieren würdest. Also, äh, es ist so eine gewisse Spur, ähm, ja, es ist eine gewisse, äh, vielleicht sogar unlogische Angst, würdest du es einschätzen. Also, eine, 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 eine total, nicht so eine, nicht so eine rationale Angst, sondern eher so eine instinktive Angst, also so ein Gefühl. Wir reden jetzt von Commander. Bitte? Vom Commander, ja. Ja, okay. Also, von Commander Rodriguez geht tatsächlich so eine Unter, Unterton an, 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 an Vorsicht und Besorgnis und dass irgendwas, dass irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, so ungefähr ein Gefühl bekommst du da quasi. Sie ist auch nicht jetzt auf 100 Prozent Alarmstufe, sondern eben wirklich so ein unter, so ein unterschwelliges Gefühl, was da auch so ein bisschen immerhin da zu sein scheint. Ja, ich verstehe. Und, ähm, genau, und als, äh, äh, Lieutenant, ähm, Schmutzler dehnt sich tatsächlich zurück und du siehst auf ihrem leicht blanken Gesichtsausdruck und du spürst das auch, du hörst das auch in den Gedanken, dass das bei ihr angekommen ist als bla, 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 Technobubble. Also, es gibt eine völlig logische Erklärung, warum wir die Sensoren angepasst haben. Ja, okay, das ist eigentlich völlig unnötig. Braucht, braucht man nicht weiter zu erwähnen. Sie wird das in ihrem, äh, in ihrem Report wird das auftauchen, so oder so, weil das halt die technischen Spezifikationen des Schiffs sind. Also, sie kann das jetzt nicht ignorieren, im Anführungszeichen ignorieren, aber es ist auch nicht so, als würde sie den jetzt besonders beachten. Ja, ich würde dann weiter aus, äh, wo wir gerade dabei sind, ich kann Ihnen auch die Spezifikationen der, ähm, des, äh, Antriebs hier erläutern, dann sparen Sie sich den Gang, ähm, in den Maschinenraum und zur Antriebssektion. Äh, wir verfügen über bla, 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 bla. Äh, das wird nicht nötig sein, Lieutenant. Äh, ich bin sicher, dass, ähm, äh, ähm, äh, Schief, 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 Fenrich, irgendwas, äh, mit dem Tablet hier, äh, kann das gleich erledigen, äh, kurz im Maschinenraum vorbeizuschauen. Fenrich, Fenrich, Achso, ich dachte, ich dachte, Fenrich Irgendwas ist auch ein, ist auch reinschrill, mit dem CBJ-Nams Twas, kann, äh, genau, wird sich gleich in den Maschinenraum begeben und da die nötigen Spezifikationen aufnehmen. Äh, ich bin sicher, dass, äh, das wird nicht weiter nötig sein. Äh, können am, äh, als Letzte würde ich gerne die Krankenstationen besuchen. Wenn Sie nichts dagegen haben? Ähm, ja, ich kann sie hinbringen. Oho, die Strickjacke geht, äh, kommt weg. Der Doktor hat die Strickjacke ausgezogen. Ich stiefel, ich stiefel da einfach mal voraus, damit ich auch bei der Szene dabei bin. Okay, äh, Kommando, okay, gut. Dann, äh, ja, begebt ihr euch zur Krankenstation, ähm, auf der Krankenstation, äh, Dr. Baker ... ... wird zu seinem Schreibtisch. Genau, hat den, äh, die, äh, die Waldwiese, die normalerweise holographisch auf seinen Schreibtisch, äh, projiziert wird, äh, entfernt, abgeschaltet. Ja. Und, äh, sitzt ohne Strickjacke in Regulationsvorschriftuniform an seinem Schreibtisch. Nun, man sieht ja Doktorin auch, äh, häufiger mal im Kittel, also. Ja, Kittel ist, Kittel ist was anderes, klar. Äh, äh, ja. Ähm, genau, also es kommen in deine Krankenstation Commander Rodriguez, Lieutenant Rhee und drei, die unbekannte Offiziere, äh, zwei, die unbekannte, äh, Ops, äh, Fan-Riche, die beginnen sich in der Krankenstation umzuschauen und ein dir bekanntes Gesicht, denn Lieutenant Schmutzler kennst du tatsächlich von deiner Zeit auf der USS Forrester. Das war eine der mittleren, äh, die, die war damals wahrscheinlich auch noch Lieutenant Junior Grade und ist jetzt aufgestiegen zum regulären Lieutenant, ähm, ja, so eine aufstrebende Person aus dem Kommando-Track sozusagen. Ich, äh, stehe auf jeden Fall erstmal, äh, auf und, ähm, gehe auf diese Gruppe zu und, äh, versperre dabei ein bisschen den Weg, vielleicht diesen Leuten, die einfach so in meine Station reinlaufen. Ah, Dr. Baker, schön, Sie wieder. Ich schaue die Commander an und, äh, Ah, Commander, äh, gibt es einen medizinischen Notfall? Noch nicht. Äh, die, äh, Lieutenant Schmutzlers Augenbraue geht einmal kurz nach oben und dann schaut sie wieder auf, äh, Dr. Baker. Ach, Dr. Baker, wir brauchen doch hier nicht so förmlich sein. Äh, wie geht's Ihnen? Ich hab's ja ein paar Jahre nicht gesehen. Wie ist es Ihnen ergangen? Auf, äh, Sternenbasis? 621. Ah, genau. Und, äh, an was haben Sie da gearbeitet? Forrester. Ich darf Ihnen zu Ihrer Beförderung gratulieren. Ähm, Schmutzler. Schmutzler. Ach so, ja, sie fasst sich so kurz an ihren, an ihren Fragen, ähm, wo die, 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 die zwei Lieutenant-Pips eben, äh, so. Ach, ja, natürlich, das kam mit der, mit der Versetzung, äh, auf, äh, das neue Schiff von, ähm, Admiral Harrison. Admiral stationiert? Und bitte? Sie sind immer noch bei, unter dem Admiral stationiert? Ja, ich war Teil der, äh, der hat mich als Teil der Crew mit übernommen zum, äh, auf dem neuen Schiff, tatsächlich. Äh, aber ja, ach, genug von mir, äh, wie ist es Ihnen dann ergangen? Ich hab ja nichts mehr, äh, von Ihnen gehört. Haben Sie da auch, äh, der Chef, äh, Chefarzt auf der Station? Das ist doch sicher spannend, so am Rande der Föderation, auf einem noch fast unbesiedelten Sektor, da gab es sicher viele spannende Krankheiten und viele ausgefallene Alien-Rassen. Was war denn die ausgefallenste Alien-Rasse? Also sie nimmt dich so, sie macht so ein bisschen mit ihrem Arm so hinter dich und versucht dich so ein bisschen durch den Raum zu führen, um auch so ein bisschen Platz zu machen für die, für die beiden Mitarbeiter, die da... Wie zu Hause. Hm? Es fühlt sich noch eine Weile an wie zu Hause. Äh, aber womit kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen? Ah, sie wirkt ein wenig, äh, ja, ähm, ach, wir müssen ja eine Routineinspektion vornehmen, das, äh, der Krankenstation. Ich bin sicher, sie haben nichts dagegen, die beiden anderen Offiziere sind schon an den Pendels am Tippen und machen sich Notizen. Wenn, äh, der Commander, äh, das zugestimmt hat. Ja, ähm, Doktor, Sie haben ja die Durchsage des Captains gehört, äh, wir sind alle angewiesen, zu kooperieren. Und natürlich gibt es ja keinen Grund, eine Routineinspektion, die, ähm, nach Standardprotokoll pro Sektion maximal zwölf Minuten dauern sollte, ähm, nicht durchzuführen. Natürlich, äh, ich habe die Krankenstation, wie Sie vermutlich wissen, erst vor drei Tagen übernommen und sie entspricht, äh, soweit ich mich selbst, äh, vergewissern konnte, äh, allen Regularien. Ach, selbstverständlich, ach, bitte, wir müssen doch hier nicht auf Formalitäten achten, äh, in dem Moment, als sie das sagt, äh, hat einer der Mitarbeiter, äh, an dem Wandpanel, was in Richtung deines, ähm, Büros geht, äh, die Holo, äh, Emitter aktiviert und eine blühende Blumenwiese inmitten eines, äh, äh. Hast du es gelöscht? Hast du es komplett gelöscht? Ja. Ah, okay, ich dachte, du hast es nur ausgeschaltet, okay. Das heißt, du hast quasi alle Programme, die du irgendwie modifiziert hast, komplett rückgängig gemacht, oder? Nein, nur, nur meine Erholungsprogramme. Dann, ähm, ich würde dir anbieten, äh, ich würde dir anbieten, dir einen weiteren Determination-Punkt zu geben, äh, und dafür aber die Komplikation zu erschaffen, dass du das eine Programm aus deinem Büro nicht komplett gelöscht hast, sondern nur, äh, im Zwischenspeicher vergessen hast. Das ist okay. Das kannst du annehmen oder abweisen, das kann der Charakter selber entscheiden. Ich nehme das an, dann bekomme ich also einen zweiten Determination. Genau, du bekommst einen zweiten Determination-Punkt. Die kannst du einsetzen, um zum Beispiel automatische Erfolge zu erzielen in der Situation. Ähm, genau, dann, äh, drückt tatsächlich der Mitarbeiter, der, das Crewmitglied da hinten ein bisschen an der Wand rum und dann, plopp, kommen plötzlich die Holo-Emitter wieder aktiv und die Waldlichtung ist wieder in deinem Büro. Ah. Oh, das ist aber, äh, Bemerkenswert. Schön. Sie sehen, sind auch die Holo-Emitter der Krankenstationen voll funktionsfähig, äh, Ja, äh, Nicht bewusst, dass, äh, die Krankenstation aktuell einen aktiven medizinischen Notfallarzt besitzt. Das hat sie auch nicht. Ah. Ich abgabe daran. Interessant, und dann werden Ressourcen des Schiffs dafür abgezweigt, um hier, äh, die Holo-Emitter weiterhin zu, ähm, mit, äh, Testen nennt man das. Testen. Testen. Doktor. Ihnen ist doch klar, dass, äh, äh, dass, äh, 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 relativ komplexes Programm ist und es, wenn es auf nicht voll funktionsfähige Holo-Emitter trifft, äh, es durchaus schwere Komplikationen geben kann. Okay. Das ist eine, eine meiner Fingerübungen, um, äh, die Funktion zu prüfen. Okay, das ist tatsächlich eine, äh, 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 eine, ich würde sagen, eine reasonable Erklärung. Und dann, ähm, gleichzeitig, hm, ich würde mal sagen, das ist vielleicht sogar... Auch als Hello-Wald-Programm bekannt. Hello-Wald. Dann würde ich sagen, ähm, das ist mal ein Wurf tatsächlich auf Command und Reason. Okay, das wäre 14. Ja, also, weil es ist eine logische Erklärung, die du versuchst zu geben und, ähm, du hast das Kommando über die Krankenstation. Und das ist deine Entscheidung, was da getestet wird, wann und wie. Bleibt da irgendein Fokus? Du hast einen Fokus auf Selbstbeherrschung, habe ich gerade gesehen. Das stimmt. Und, ähm, das heißt, ähm, du kannst, wenn du mit einem, mit den B20 es schaffst, unter drei zu würfeln, dann kriegst du sogar noch einen extra Erfolg dafür. Ich versuch das mal. Und, äh, ja, du brauchst, ähm... Zwei Secken tatsächlich. Das heißt also zwei Erfolge. Zwei Erfolge, ja. Die, äh, die, äh, ich war gar nicht so schnell. Die Situation hat auch, äh, einen Erfolg verlangt. Also es gibt hier gerade, normalerweise gibt es in den Szenen ja immer eine, äh, eine Eigenschaft, die man dann auslösen kann und sagen kann, okay, diese, diese Szene macht das jetzt besonders schwer. Aber, wie gesagt, wir sind ja noch in der Session Zero hier und testen das einfach mal ein bisschen mit dem Würfeln. Und deswegen, ja, gibt es keine Komplikationen, die hier möglichst aktiv sind. Und ihr würfelt alle extrem gut. Deswegen kriegt ihr ein weiteres Momentum, äh, was ihr dadurch übrig hattet. Wir müssen jetzt vier haben übrigens, glaube ich. Wieso? Ich glaube, meins wurde nicht aufgezeichnet. Nein, ich habe eigentlich immer mitgezeichnet. Es wurde noch nicht so oft gewürfelt. Hast du nicht eins produziert? Nico hat eins produziert. Und jetzt eins von Tim. Und ich habe auch eins produziert. Und Inein Rhi hat auch eins produziert, weil er auch gut gewürfelt hat. Ich nehme alles zurück. Wir sollten anfangen, die auszugeben. So viele. Genau. Die, ähm, ja, die, ähm, in dem Moment der eine, äh, der andere, äh, Ops-Crew-Mitglied läuft derweil durch die Waldlichtung und scheint total entzückt. Und meint zum Kollegen nur so, hey, das sollten wir auf unserer Krankenstation auch mal einführen. Und, äh, tatsächlich scheint damit auch so ein bisschen der Damm gebrochen. Und, ähm, Lieutenant Schmutzler, äh, begibt sich ebenfalls in das Büro, begutachtet so ein bisschen die Wiese. Und meint so, es ist wirklich faszinierend. Das ist tatsächlich gar keine schlechte Idee. Und die Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Therapie sind auch gar nicht, äh, ja, und fängt an, dass ich so... Das ist eine sehr beruhigende Wirkung, habe ich festgestellt. Absolut, absolut, Dr. Baker. Ja, Sie scheinen sich ja hier tatsächlich wie zu Hause zu fühlen. Äh, mal ganz unter uns. Ich habe vernommen vom Admiral, dass er eine Versetzung, äh, vorgeschlagen hat. Haben Sie da schon irgendwas, äh, haben Sie da schon irgendwas gehört? Äh, wer soll versetzt werden? Sie? Ach, Verzeihung. Ich spreche hier wahrscheinlich außerhalb meiner Möglichkeiten. Wahrscheinlich sollten Sie sich da mit dem Käpt'n kurz schließen. Aber gut, damit ist die Inspektion der Krankenstation abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Und, äh, sie verabschiedet sich relativ knapp. Und, äh, ja. Ja, dann bringen wir sie besser zurück zum Transporter-Raum, was? Ja, also, sie würde jetzt noch ihre, ihre, ihre Crewmitglieder noch einen Schlenker machen lassen durch den, äh, durch den, ähm, Maschinenraum und alles. Aber, ja, an dieser Stelle können wir gerne zurückblenden zu, äh, Commander Variks und, äh, Admiral Harrison. Dann lasse ich das Programm laufen und reflektiere mir nach einem neuen Tee. Okay, ja, dann verlassen wir Dr. Baker, wie er auf seiner Weitlichtung Tee trinkt und gehen zurück zu, äh, Admiral Harrison, dessen Kaffee mittlerweile leer ist. Und, äh, ungefähr glau so leer wie die Geduld von Commander Variks an diesem Punkt, weil er einfach nur noch Smalltalk betreibt. Ich, ähm, ich würde gerne Commander, wenn Sie erlauben, würde ich gerne auf der Krankenstation bleiben. Hm, natürlich. Danke. Du, du, du spürst so einen Gedankengang durch, äh, Rodriguez Kopf gehen so, vielleicht ist er ja krank und dann geht er raus. Ich mach so, hab ich das gedacht? Okay. Dein Gesichtsausdruck hat das gerade, hab ich gerade so interpretiert. Ihr könnt gerne euch alle angewöhnen, in jeder Szene, in der ihr mit Anselm zusammen, irgendwie mit der, mit E9 Reed zusammen seid, könnt ihr gerne immer irgendwie eure, eure Gefühls- und Gedankengänge kurz broadcasten, wenn, wenn, wenn das für die Szene relevant ist. Dann muss ich das nicht, äh, 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 äh. Also wir schreiben sie Anselm in einen kleinen Chat noch rein. Ich kann, ich kann, ich kann sie auch annehmen und, äh, und wir, ja. Und ihr nehmt es auf und reagiert oder wenn es halt völliger Quatsch ist, dann halt nicht, aber. Dann hast du vielleicht von jemand anders was aufgefangen. Genau, das kann ja immer passieren. Genau. Ja. Okay, hoch. So. Ähm, ja, dann. Wo möchtest du weitermachen? Also. Wir sind jetzt wieder im Bereitschaftsraum. Äh, ja, gut. Äh, Commander, äh, wollen Sie vielleicht, äh, bevor wir hier fertig sind, äh, also genau, es gab kurz einen, äh, einen Ruf von, ähm, Lieutenant Schmutzler, dass die Inspektion so gut wie abgeschlossen ist und dass das jetzt auch demnächst wieder das Schiff verlässt. Und, ähm, äh, äh, er bietet es an. Ja, äh, Commander, ähm, ich würde sagen, machen wir es kurz. Äh, 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 wir sollten vielleicht, äh, Dr. Baker von dieser Möglichkeit versetzt zu werden in Kenntnis setzen, meinen Sie nicht auch? Wollen wir nicht eine organisatorische Sache nach der anderen machen und erst mal die Inspektion abschließen? Ach, ähm, Lieutenant Schmutzler hat mich gerade benachrichtigt, dass, äh, die Inspektion so gut wie abgeschlossen ist. So gut wie? Äh, ein Seufz rollt mit den Augen, nun gut, äh, wir können auch gerne noch, äh, warten. Okay, jetzt hast du mich in der Ecke manövriert. Okay, es kommt ein Ruf über den Kommunikator, äh, Command von Lieutenant, äh, Schmutzler. Äh, äh, Admiral, die Prüfung im Maschinenraum ist nun ebenfalls abgeschlossen und, äh, wir würden uns nun zurück auf die Alexandria, äh, versetzen. Mein, äh, Report schicke ich Ihnen so bald wie möglich. Äh, Rodrigo ist ein Käpt'n. Ja, Käpt'n hört. Sie sind mit der Inspektion fertig und, äh, werden Sie jetzt wieder zurück beamen. Haben Sie eigentlich den Admiral mal gefragt, was für einen Doktor wir im Austausch bekommen? Das ist eine sehr gute Frage, Admiral. Wenn Sie mir meinen einzigen medizinischen Offizier, äh, abspenstig machen wollen, dann haben Sie doch hoffentlich auch schon einen Ersatz im Kopf. Oh, ja, also wir haben einen äußerst qualifizierten, äh, Lieutenant, äh, auf der Alexandria, den ich bereit wäre, äh, für diese Mission abzustellen. Äh, äh, ein, äh, etwas unerfahrener junger Mann, aber, äh, sicherlich bereit, dieser, äh, Situation sich fähig entgegenzustellen. Äh, wir haben hier irgendeinen Typen, der hatte mal ein Semester Medizin an der Uni. Ja, so ungefähr kommt es richtig. Da hat er Dr. Biber noch im Schrank und damit klappt das schon. So kommt das tatsächlich auch überraschend. Admiral, im Sinne der Sicherheit meiner Crew und ihrer Gesundheit hätte ich doch gerne die Akte von diesem potenziellen Kandidaten, bevor ich überhaupt Dr. Baker die Wahl lasse. Äh, ja, selbstverständlich, das, äh, können wir natürlich arrangieren. Äh, 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 er würde einfach aufstehen und zu deinem Computer-Terminal rübergehen und einmal kurz die, äh, äh, Akte aufrufen von seinem medizinischen Offizier, ähm. Der hat schon den Namen im Chat. Boris Siebmaker. Könnte auch von Tim gespielt werden. Ja, toll. Das hat sich ja nicht viel, dann tauschen wir und fliegen weiter, komm. Dr. Baker. Oh. Ich schaue mir die, ich schaue mir die ganzen Daten an und ziehe dabei immer mal wieder eine Augenbraue hoch. Möchten Sie auch mal zu trinken, natürlich. Ja, also es ist, es ist definitiv, ähm, du merkst direkt, dass das tatsächlich ein vergleichsweise unerfahrener medizinischer Offizier ist, der auch noch nicht lange auf der USS Alexandria, äh, äh, dient. Und an dieser Stelle, da du dich so intensiv mit diesem Charakter jetzt, äh, mit dieser Frage auch beschäftigst, was du ja nicht hättest machen müssen, würde ich dir erlauben, einen... Ja, weißt du was? Wenn du möchtest, in dieser Situation kannst du, das braucht zwar keinen Check, aber wenn du möchtest, könntest du einen Wurf auf, äh, Command und Inside machen, ähm, um ein bisschen zu lesen, wie die Lage bei, bei Admiral, äh, Harrison gerade so ist. Ich würde dann gerne einen von unserem Momentum nehmen und mir einen weiteren Würfel kaufen und, äh, quasi, ich hab ja einen Rapport mit ihm aufgebaut und, äh, und wir kennen ja beide den Sweet Billy Ross, und, so, dann lese ich doch mal. So, ähm, Command und Inside sind 15 insgesamt. Das sind drei Erfolge. Okay. Äh, äh, ja, da hätte auch wieder ein, äh, Erfolg eigentlich gereicht, um, weil sie die Situation einigermaßen einzuschätzen und du kannst ja, Chrissi, ich gebe den, ich gebe den zweiten aus, um mehr Informationen zu bekommen und einen tue ich wieder in den Pool, der damit gleich bleibt. Okay, alles klar. Dann, äh, um mehr Informationen zu bekommen, das heißt, das ist dieses, du triggerst quasi, dass ich dir wahre Informationen geben muss über eine Frage, die du stellst? Genau, also du, äh, ich kriege jetzt die Standardinformationen für den einen und dann kann ich noch eine weiterleitführende Frage stellen. Okay, dann, genau, also du, äh, erhältst den Eindruck, äh, in der Situation, also zum einen die Art, wie, ähm, Admiral Harrison mit der Situation umgeht und andererseits auch die Akte von diesem sehr unerfahrenen medizinischen Offizier auf der USS Alexandria, kommst du zu dem Schluss, äh, dass er erstens ihm, also du schätzt die Situation ja so ein, du bist zwar nicht hundertprozentig faktenmäßig sicher, dass die Lage, also dass die Degradierung von, äh, Dr. Baker so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist, also das ist ja auch nicht wirklich dokumentiert, dass er den irgendwie nicht mochte oder so, aber das ist tatsächlich was, das hast du dir quasi zusammengereimt, ähm, dieses, äh, diese Fürsorge, die er an den Tag legt für Dr. Baker, ist tatsächlich ziemlich, pff, irrelevant, also es ist ihm eigentlich ziemlich egal, ähm, und die, äh, äh, der Offizier auf der USS Alexandria scheint wohl ein paar Mal sich ein paar Schnitzer geleistet zu haben und, äh, und deswegen kann es auch sein, dass er den vielleicht loswerden möchte. Dann lege ich, dann lege ich das Pad wieder ab. Achso, ich kann, ja gut, ich hätte jetzt noch mehr, aber ja, gern. Ja. Eine andere Information wäre noch, dass du weißt, dass eine, äh, aus der Sicht von einem Arzt gesehen, klar ist es seine eigene Entscheidung, aber diese, diese Position, die da angeboten wird an der, äh, äh, im medizinischen Core ist tatsächlich halt einfach nur irgend so eine Schreibtischposition. Also eigentlich genau das Gleiche, wie er auf der Starbase hätte auch schon die ganze Zeit machen können. Und, äh, dann, äh, meine weiterführende Frage, wie schätzt er ein, dass ich reagieren werde? Ähm, ähm, schätzt er ein, dass du, also was erwartet er quasi von dir? Mhm. Also ist er gerade, ist er angespannt auf meine Reaktion oder glaubt ihr, dass er das schon eingetütet hat? Du kriegst, äh, du hast das Gefühl, dass er tatsächlich ein, einigermaßen locker an die Sache rangeht. Also er wirkt nicht angespannt, aber du hast das Gefühl, dass er, ähm, dass er das so ein bisschen einfach macht, um zu sticheln. Also dass er das macht, einfach um mal zu testen, ob du ihn einfach nachgegeben hättest. Ob du einfach sagen würdest, oh, natürlich, da kommt ein Admiral, ähm, er ist auch die ganze Zeit in eurem Smalltalk-Gespräch immer wieder darauf eingegangen, so, hey, wir kennen ja beide hier diese Admiral und, oh, sie haben ja eine tolle Karriere vor sich, äh, Commander, und das wäre doch schade, wenn dieser Karriere irgendwas in die Quere kommen würde und das wäre doch ganz toll, wenn wir uns jetzt hier so gut verstehen und wir das machen, was der andere von uns möchte, dann könnte man ja dann auch, ne, dann hat man ja Vitamin B und dann wüsstest du ja, wenn du jetzt einfach machst, was der will, dann, dann könnte der sicherlich für dich auch irgendwo ein gutes Wort einlegen und auch was deine Beförderung zum Käpt'n angeht, den du ja sicherlich anstrebst. Also der, es ist nicht so, dass er dich einschüchtert oder so, aber der möchte halt einfach sagen, hey, ähm, hier hast du eine Chance, dich mit jemandem anzufreunden, der halt in höheren Positionen ist. Aber eigentlich hast du das Gefühl, dass dir das so ein bisschen egal ist. Dann lege ich das Pad irgendwann wieder runter. Admiral, können wir offen sprechen? Oh, gerne, immer. Gibt es einen speziellen Grund, warum Sie meine Mission aufhalten wollen? Äh, den Grund habe ich Ihnen genannt, äh, Commander. Ich wollte lediglich eine Karriereoption eröffnen. Der Offizier, den Sie mir zum Austausch anbieten, ist leider nicht geeignet für die Mission. Er blickt dich kurz einmal fest in die Augen, stellt dann fest, dass du da absolut, also dass das eine Aussage war, die jetzt feststeht sozusagen und er weiß auch selber, ne, kurzer Moment ist, nachdenken und dann nickt er. Nun gut. Commander, Sie haben mir mehrfach zu verstehen gegeben, dass Sie Dr. Baker diese Wahl der Positionsänderung hier gar nicht anbieten möchten an dieser Stelle. Dr. Baker ist der Sternenflotte verpflichtet. Er ist unter mein Kommando gestellt worden und somit habe ich die Entscheidung, ob er dieses Kommando auch begleitet oder nicht. Und ich werde ihn nicht freistellen im Austausch gegen einen Jungspund, der bisher noch nichts besonderes geleistet hat und offensichtlich des Öfteren etwas unsauber in seinen Methoden ist. Admiral. An diesem Punkt definitiv merkst du, dass er so ein bisschen sich aufrichtet, aber auch so ein bisschen fast beeindruckt scheint von deiner Standhaftigkeit. Also auch die Tatsache, dass du damit argumentierst, ähm, ja, also, gut, Commander, damit können wir die Sache als erledigt angesehen haben und dann, ja gut, ich verstehe Ihre Beweggründe und ich will sie nicht weiter aufhalten. Danke Admiral. Ich wünsche Ihnen eine gute Mission. Gleichfalls. Ja, und damit, äh, nickt er dir noch einmal zu und dreht sich dann um und geht tatsächlich einfach raus, groß jetzt ohne Eskorte, äh, äh, wenn ihm, äh, auf der Brücke wird ihm wahrscheinlich irgendein Fähnrich, äh, sich an ihn, sich an ihn hängen und mit ihm zum Transporterraum geleiten, weil das einfach Protokoll so verfolgt. Genau, Farricksen-Transporterraum, der Admiral beamt zurück auf die Alexandria. Verstanden. Kann ich noch ganz kurz mit Dr. Baker sprechen? Währenddessen in der Krankenstation. Genau, meanwhile. Dr. Baker. Oh, Sie sind auch da. Möchten Sie auch was zu trinken haben? Äh, gerne. Ähm, Standardgetränk, isotonisch, Körpertemperatur. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt ekel. Klingt toll. Ich gehe, ich gehe einfach zum, äh, nehme mir den irritierten Blick entgegen. Ähm, gehe einfach zum Replikator, bestelle ein, ein isotonisches Standardgetränk in meiner Körpertemperatur, äh, speichere es dann ab unter, ähm, äh, Ri1 am Replikator. Nur für den Fall, dass wir mal wieder hier ein Getränk zusammen trinken. Ähm, während, äh, am Replikator ist, äh, kurzer, äh, Computer. Äh, Ebene 2-Scan der Krankenstation. Bitte vergleichen mit, äh, Protokoll, äh, der Übernahme vor drei Tagen. Äh, äh, die Krankenstation entspricht zu 95,3 Prozent dem Stand von vor drei Tagen. Suchen Sie was Bestimmtes, Doktor? Äh, bitte, ähm, in der Überschrift, ähm, Anpassungen, die nicht von mir vorgenommen wurden. Negativ. Danke, Computer. Äh, Moment. Positiv. Es wurde, es wurde ein weiteres Getränk im Replikator hinzugefügt. Danke, Computer. Negativ. Moment, positiv. Kannst du das beibehalten? Das ist ganz schön, das ist ganz schön schwierig. Endlicher Touch im Computer einfach. Ganz schön schwierig, den Computer so unglaublich neutral und ohne stottern zu sprechen. Sie wirken, äh, dieser, diesem Besuch gegenüber nicht indifferent, Doktor. Ja, das, äh, dürfte offensichtlich sein. Hm, schon möglich. Gibt's dafür einen speziellen Grund? Stört sich mal eine Fragerei? Kaum. Äh, ich bin nur gerade... Mittlerweile dürfte es sowieso fast jeder in der Standplotte wissen. Äh, Admiral und ich haben Geschichte. Könnte man sagen. Aber das ist Politik. Hm. Lächerliche, kleinengastige Politik. Dann sind sie auf dieser Mission ja richtig. Sie laufen ja nicht Gefahr, dem Admiral in der nächsten Zeit nochmal zu begegnen. Das ist, äh, ein Bonus. Gut. Ich muss zurück auf meine Station. Danke für das Getränk. Ich, äh, trinke es aus. Stell es zurück in den Replikator. Verabschiede mich. Bis später mal. Ja, auf Wiedersehen, Lieutenant. Und dann gehe ich zurück zur Brücke. Das ist definitiv ein Gefühl der Verwirrung. Ich frage mich gerade, was ist das, was unsere erste Begegnung war, so nach drei Tagen? Schon, schon sehr wahrscheinlich. Ich schätze mal, dann treffen sich drei von uns auf der Brücke. Während wir vielleicht endlich mal das Round of Womb und der Alexandria aufgeben. Ja, die Alexandria wird sich ohne weiteres dann wieder in ihrem eigenen Kurs zuwenden. Variks und Dr. Baker. Baker hier. Ich habe für sie ein Angebot abgelehnt, eine kleinere Lehrstelle auf der Erde anzunehmen und dabei mit Admiral Harrison mitzureisen. Ich war nicht bereit, sie einzutauschen gegen einen deutlich weniger erfahrenen medizinischen Offizier. Wahrlich, die Gesundheit meiner Crew nicht in unerfahrenen Händen sehen will. Es tut mir leid, dass ich damit ihre Karrierechancen möglicherweise beschränkt habe. Seien Sie hiermit darauf hingewiesen. Danke für diese Information, Captain. Würden Sie mir eventuell trotzdem die Spezifikationen der Stelle weiterleiten? Selbstverständlich. Admiral Harris hat mich ausdrücklich angefordert? Er sagte, es wäre ihm wichtig gewesen, dass Sie diese Möglichkeit für eine Zukunft in der Lehre wahrnehmen können. Ich habe mich darüber hinweggesetzt, Ihnen diese Entscheidung selbst zu ermöglichen. Das tut mir leid. Aber angrund der Dringlichkeit unserer Mission wollte ich diese Diskussion einfach im Keim ersticken. Das kann ich verstehen. Danke, Doktor. Ich hoffe, dass Sie sich nicht meinetwegen einen Feind in dem Admiral gemacht haben. Oh, bitte. Weil ich... Nein. Machen Sie sich darum keine Sorgen, Doktor. Ihre Aufgabe ist es, sich um die körperliche und geistige Gesundheit der Crew zu kümmern. Und glauben Sie mir, bei mir ist beides absolut in Ordnung. Davon bin ich überzeugt. Meine Karriere ist nicht Ihr Zuständigkeitsbereich. Danke. Gut. 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 Dann, ja... Lieutenant Amannert, äh, Fennrich Amannert. Ähm... Amati. Amati. Äh, Captain. Nehmen Sie den vorherigen Kurs wieder auf. Warp 6,5. Ein Captain. Warp 6,5. Kurs eingedockt. Was sag ich jetzt? Captain, dürfen wir mit mehr als Warp 5 fliegen in dieser Region? Ich glaube, es ist ein... Hören wir bloß auf mit der Debatte. Also die Nova-Klasse kann überhaupt 8 fliegen. Ja, und ich glaube, wir sind in keinem der beschränkten Bereiche. Wir sind ja ganz am Rand vom... Außerdem, ja, machen wir nur den kardesianischen Subraum kaputt. Eben. Wen stört das schon? Wer ist mit? Wir siegen ja nachher in die... Akzelerieren. Oh. Boah. Das ist aus dem Shit. Ich werde weitere... Wir werden es weiter probieren, bis wir was gefunden haben, was... Jedes Mal was anderes, genau. Jedes Mal was anderes. Und los. Ich meine, es ist dein erstes Kommando, ne? Also von daher... Ich muss meinen Stil noch finden. Genau. Ja, dann würde ich sagen... Ausführen. Das ist auch gut. So gut, Bobgondeln. Dann, ja, es sitzen alle wieder an ihren Plätzen. Wir haben ein weiteres Mal. Diesmal sehen wir, wie sich der... Zuerst sehen wir, wie sich der Doktor auf seinem Stuhl wieder niederlässt, ein Pad greift, innerhalb von seiner Waldlichtung seinen Tee trinkt und ein bisschen drüber nachdenkt, was gerade passiert ist. Dann sehen wir auf der Brücke das Kommandoteam und den Wissenschaftsoffizieren in ihren Stationen. Der Fennrich als Pilot, der quasi das Schiff jetzt in den Warp versetzt hat und, ja, in dem Kurs auf... Akzeleriert hat. Akzeleriert, genau. In dem Kurs auf den Namen außerhalb der Föderation... Ich rufe gerade Werner Fuchs an. Unerforschte Weiten außerhalb eures Einflussbereichs. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir in Folge 1, wie es dann weitergeht, wenn ihr die Föderation verlassen habt. Wee! Und ausblenden und Endcredits. Jetzt kommt die Musik und der Abspann und welche deutschen Stimmen uns gesprochen haben. Sehr schön. Da habe ich gerade vorgeschlagen, dass wir den Admiral Fuchs außer Dienst irgendwann noch einbauen müssen. Oh, das ist... Ja, gute Idee. Schreib mir das gleich mal auf. Okay, ich würde sagen, wir beenden hier jetzt gleich den Stream und machen dann einen Zoom-Chat auf für das gemeinsame Nachgespräch und mit den Leuten noch ein bisschen abhängen. Und schauen, ob wir da den Werner von Werner noch mit reinbekommen können. Ja, ich glaube, er hat noch Zeit. Der ist auf jeden Fall noch da. Ich würde sagen, wir nehmen uns ein paar Minuten Pause zwischen dem Ende dieses Streams und dem Aufmachen des Zoom-Chats, um Dinge zu erledigen. Ich muss aufs Klo. Das auch. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Leiten und Vorbereiten, Julia. Vielen Dank. Vielen Dank an meine Mitspieler. Ich poste gleich hier den Zoom-Link, den Maike gleich erstellt und ich poste ihn auch im Discord und ich poste ihn in der Facebook-Gruppe und als Kommentar auf Patreon. Machen wir hier drin oder machen wir einen neuen auf? Bleiben wir hier drin oder machen wir einen neuen auf? Wir können natürlich diesen hier einfach erweitern. Richtig, wir können diesen einfach erweitern. Aber dann mach trotzdem, Maike, jetzt, würde ich sagen, den Stream aus und dann schickst du den Link weiter. Und das machen wir jetzt den Stream aus. Tschüss. Ciao. Tschüss.